Und wenn wir Glück haben, dann ist Sabriel auch noch da, aber die lässt sich ja nun wirklich sehr gerne bitten. Support, Hallöchen und Niffelheimer mit sieben Monaten. Vielen Dank. Okay, ich glaube, ich habe direkt mal ein Auge auf Sabriel. Vielleicht haben wir ja Glück, so immer wenn man in der Nähe ist, ne, Sabriel, wir erinnern uns, ist ja der Rare, die Necrolords mit ausgebautem Animaliter Stufe 3 beschwören können. Und da das ein elitärer Heini in der Arena ist, brauchen die meistens Hilfe oder machen Gruppen auf, um den einfach netterweise für alle zur Verfügung zu stellen. Ist allerdings eine Sache, auch wenn ich mich in meinem Umfeld umgucke, die wenigsten haben so einen Animaliter schon auf Stufe 3, ne, da muss man nämlich bisher sehr zielgerichtet drauf hingeskillt haben. Und das haben eben nicht viele gemacht oder sich kurz davor nochmal umentschieden, lieber das packteigene Feature irgendwie ausgebaut oder hier noch ein Reisenetzwerk und so. Deswegen muss man da wirklich Glück haben oder den halben Tag entsprechend campen oder jemanden kennen, der einen kennt und so. Na, dann kann man das bestimmt auch noch ein bisschen anders managen, aber wir gehen da mit dem üblichen Glückfaktor einmal ran. Na gut, dann geht es zuerst ohne Sabriel ins Haus der Auserwählten, einen Weg, den ich wirklich nicht mehr gehen möchte. Also wenn heute, heute endlich mal jedes Mount dropped, dann wäre ich schon zufrieden. Ja, so genügsam bin ich da. Genau so genügsam. Mein Frosch hat ja die Farbe gewechselt. Ah, siehste. Wer fleißig rein-sabbert, der kriegt sogar Farb-Wechselfrösche. Leute, ganz seltene Unterart. Sehr schön, sehr schön. Weil diese Passage hier, die stelle ich mir unglaublich ekelhaft vor, wenn man kein Tank ist. Wenn man doch jetzt schon dreimal abgemautet und wird hier dann zusammengeschlagen und getötet, oder? Weiß ich nicht, warum man den da hinstellen muss und warum der dann immer noch nicht für mich droppt. Man muss immer ein bisschen heulen. Ihr wisst, das funktioniert in der Regel sehr, sehr gut. Hatten wir neulich im Schlund, waren wir im Bäschenlabyrinth und wollten eigentlich die Jagd da machen. Kamen an und die Jagd war vorbei. Dann haben wir erst eine Daily gemacht und dann fiel uns ein, ach, wir müssen ja meckern. Und dann haben wir angefangen eben zu meckern, dass die Jagd ja hier nie ab ist. Und wofür wir eigentlich 13 Euro im Monat zahlen und zack, jagt wieder da. Man muss auch manchmal die Waffen der eigentlich verhassten Gegner nutzen, für einen selber. Mone, kein Ohai, ich kenne da einen, der hat einen Stufe 3 Animalleiter im Ardenwald. Wirklich, bestimmt ein ganz, ganz ekliger Typ. Den kennst du, Oha, im Ardenwald. Das ist bestimmt so einer, der sie mit Moos wäscht und solche Sachen. Interessante Survival-Tipps, Freunde. Heute nur hier bei uns, frisch aus dem Ardenwald, von den Nachtfee, nur leider ohne Anima. Schade. RxP, Hallöchen. Grüße und guck mal da, wir haben Glück. Wir haben Glück, es ist unser Malkorak, der sogar ab ist. Frage ist jetzt nur, sind zufällig gerade mehrere Gruppen ab? Ach ja, gucke, da ist er sogar. Dann, was? Wie hat der Bruder Maldraxxus geschrieben? Maldrasax, alles klar. Der hat anscheinend auch schon eine ganze Weile gefahren. Oh Mann, der ist schon über das mit Moos waschen Stadium hinausgewachsen. So sad. Ja, können wir aber nachher gerne auch nochmal reingucken. Wenn ihr Bock und Lust habt, dann können wir natürlich die Animalleiter-Angebote, die wir haben, von in der Regel natürlich elitären Supertypen, dann können wir die natürlich gerne in Anspruch nehmen. Müssen wir mal gucken, wie der zeitlich heute aussieht, weil ich noch nicht weiß, wie meine Beschwörungs-Rare-Pläne dann heute laufen. Oder eben auch nicht, ne? Wie es so ist. Ist es normal, dass ich mit einem unheilig Todesritter nicht Etage 3 in Torgas packe? Ja, das mit GS 189. Reden wir über Etage 3. Wundene Korridore, dann, naja, normal ist das nicht, aber jetzt auch nicht besonders schlimm oder so, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Das ist die Herausforderungsebene. Und momentaner durchschnittlicher Gierschnitt, wenn wir im etwas gehobeneren Bereich unterwegs sind, ist halt so 205 aufwärts, ne? Dementsprechend hast du da ja zwei große, ich sag mal, große Säulen. Epic ist es wieder, das schild, ich raste aus, Mann. Gegen dich nehme ich zum einen eher zu niedriger GS und zum anderen ist das halt eine Herausforderungsebene. Das heißt, wenn du auch von 10 Runs eben 9-mal bekackte Bonuseffekte ziehst, die dir nichts bringen, dann wirst du da auch keinen Fuß fassen können, ne? Wir wissen, in Torgast spreche ich zumindest immer von drei Säulen, die wir haben. Einmal euer Skill, einmal euer Gier, einmal die Bonuseffekte. Überwiegt eine dieser Säulen extrem, könnte die anderen beiden ausgleichen. Das funktioniert nach oben, kann aber auch nach unten funktionieren. Das heißt, wenn ihr besonders miesen Skill habt, besonders mieses Gier und oder besonders miese Bonuseffekte, die euch dann nichts bringen, dann zieht ihr einfach die Arschkarte, ob ihr wollt oder nicht. Im Idealfall sind all diese Säulen auf einer Ebene, ne? Ja, brauchbares Gier, ihr wisst, was ihr tut und ihr kriegt geile Bonuseffekte. Das ist immer der Idealfall, dann kann man eigentlich die meisten Situationen meistern. Allerdings hier, wie gesagt, Spezialfall, weil Herausforderungsebene. Na, da muss alles noch ein bisschen mehr passen und je nachdem, wie es das eben tut, kann man da gut abräumen oder eben auch nicht. Es ist auf jeden Fall keine Schande, generell in Torgast Probleme zu haben und vor allem bei den gewundenen Korridoren, da wage ich zu behaupten, haben die wenigsten das durchgezimmert, ja? Oder haben sich dann lieber eine Gruppe gesucht, ne? Schön entspannt mit Tank und Heiler oder wie auch immer, aber Solo, da müsst ihr euch momentan nicht wundern, wenn es da ein bisschen zu doll auf den Kopf geht. Metallbäcker, drei Monate, Dankeschön. Vielen Dank, vielen Dank. Metall, Leute, Amtssprache ist Deutsch hier, eben aus der Auserwählten. Großartig. Naja, der Mistfink im Ardenwald geistert doch auch hinter all den egligen Drust rum, das stimmt, ne? Das ist ganz schön frech. Der Ardenwald ist auch wirklich gruselig hier und da. Ist schon schön, ich bin gerne da, ja? Aber in den falschen Ecken will man auch nicht sein. Berkana, Halluin, klingt nach einem, der schon Moos angesetzt hat. Oha, hab es ja nur Stufe 4 der Korridore Solo geschafft und das nur, weil ich zum Endboss die Immunität gezogen habe. Boah, das ist natürlich gut reingelackt. Das ist ein sehr geiles Beispiel für, wenn die Bonus-Effekte überwiegen. Ja, wenn ihr dann beim Endboss so Effekte zieht durch die Kugeln vom Händler, als Kriegerfähigkeiten kosten keine Wut für zwei Minuten und ihr seid immun gegen Schaden. Ja, dann ist scheißegal, was noch passiert, weil dann rödelt ihr den halt einfach aus dem Leben. Ja, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für genau diese Geschichte. Hätte noch so ein Animal-Gelöt für den Weltenrandfresser im Angebot. Das ist super nett von dir. Ja, da werden wir, ich denke, nach dieser Rare-Runde durchaus drauf zurückkommen können, weil wir dann sowieso in Revendreth anfangen. Und dann werde ich mich gern nochmal diesbezüglich melden. So, wir suchen Tahonta. Ja, und natürlich sitzt keine Gruppe ab. Das habe ich aber auch verdient. So schön Bescheid gesagt. Auf Ereda ist er da. Ich wieder faul gewesen, nur gelabert. Dieser miese Keck. Und dann sowas. Wer steht denn hier und ist rot angemalt? Und trotzdem kein Rare-Spawn. Nur Multiboxen der Dudus. Großartig. Kann ich die verwirren mit meiner Schatzkiste? Wollen wir das mal probieren? Kiste? War das so? Ja, endlose Kiste mal hinstellen. Das soll ja funktionieren bei den Multiboxern. Dass sie dann verwirrt sind, wenn sie über diese Programme alles laufen haben. Keldern, Hallöchen, weil die ja gezielt Sachen suchen, die man anklicken, die man abbauen kann. Und wenn man dann solche Toys hinstellt, dann sollen die erstmal crashen. Aber jetzt sind sie irgendwie allein durch Mavrids Aura anscheinend gecrasht. Kann offensichtlich auch passieren. Wir behalten das mal im Blick, was da passiert. Askade, Hallöchen. Kann man mit dir eigentlich auch M Plus zusammen starten? Nee, ich mag M Plus so gut wie überhaupt gar nicht. Spiele sehr, sehr selten, wenn überhaupt. Dann meinen Weekly Key. Ansonsten kommentiere ich sehr gern, wenn du also geile Sachen zum... Lul. Geil. Ah, der Multiboxer. Nice, er öffnet hier schön meine Kiste mit allen. Bro, so mad für ihn. So mad. Und jetzt dein ganzes Programm im Arsch. Lol. Nee, vermutlich nicht. Er wird jetzt weiterrennen, aber wir haben ihn auf jeden Fall mies bambuselt gerade. Ja, und da kann ich mit M Plus an sich sehr wenig anfangen, wenn ich selber spiele. Guck's mir aber sehr gerne an. Also, wenn ihr was einsenden wollt, dann bin ich immer... Feuer und Flamme, ne. Dann bin ich Feuer und Flamme. Das Schild nehme ich gerne, wenn du es schon hast. Ja, das habe ich so oft bekommen, ne. Hybrid, Hallöchen. So oft sind diese Epic-Schilder-Schwerter, was auch immer gedroppt. Das ist echt alles nicht schön. Direkt melden. Ist das safe, dass das dann ein Bot ist, ja, mit diesem Programm? Okay. Ähm, Kontakt. Erstmal, Eden. Wo ist denn melden? Hier, melden wegen... Wieso geht denn das nur wegen Name? Wie meldet man die denn am besten? Also, viele hassen ja. Multiboxer an sich melden alle, obwohl einige davon diese Programme gar nicht benutzen. Weiß ich jetzt nicht, ob das ein hundertprozentiger Indikator ist, ja. Also, nur weil einer Multibox ist das ja nicht direkt illegal. Das ist im Detail ja eine falsche Aussage, wenn man die so trifft. Deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher. Vielleicht mag er einfach nur das Toll, ja. Er genießt die Abwechslung, ne. Er genießt die Abwechslung. Zum Winterhauchfest gab es diesmal das Raptor Baby Klingeling mit seiner Zuckerstange in der Kralle und dem Winterhauchkranz um den Hals. Doch jetzt kommt das Problem. Wer sich nun fragt, von welcher Zuckerstange und welchem Kranz ich rede, der wird wohl die normale Version von Klingeling bekommen haben. Es gab nämlich zwei Stück und eine davon landete per Zufall in eurem Haustierstall. Wer jetzt den normalen bekommen hat und den anderen, wer hat Pech gehabt. Ach, gucke da. Einzigartiges Haustier. Kann man also nicht dran rütteln, je nachdem. Ach, da ist er doch. Tahonta. Gucke, was lange währt, wird endlich Büffelmaunt. Großer Himmel. Wir Schnellgruppe auch noch hier. Tahonta. Wow Mode. Off. Ab. Sehr schön. Ja, Set Life für alle Petfreunde, die gerne ihre Zuckerstange haben wollten, ne. So sieht das nämlich aus. Wir machen den Raid auf und jeder stellt das Toy hintereinander. Und dann kommt er irgendwie auf den Bildschirm reingetappt, ne. Denkt so, oh, jetzt habe ich eine Stunde hier rumgeboxt, ja. Jetzt habe ich erstmal 70 Trillarden Kräuter und dann hat er irgendwie drei graue Kieselsteine aus dieser Toykiste. Oh, wenn der Hunter Bro sich jetzt ganz doll beeilt, ne, leider. Ah, leider nicht mehr drin gewesen. Da kam irgendein Execute-Kritt hier von unseren HCD-ziehenden Freunden. So sad für ihn, ne. Na, wir haben es versucht. Wir haben es versucht. Das war ich eigentlich. Dieser Hunter, der gerade gejoined ist, sieht auf Range. Oh, der Hunter hat noch 15% Leben. Auf einmal alle HCDs, Bruder. Wuff. Und du kriegst nicht mal mehr einen Auto-Attack irgendwie hin. Ganz belassene Nummer. Crackbite, moin. Moin. Ich habe das Pad mit Schall und Zuckerstange. Ja, ist ein süßes Tierchen, auf jeden Fall, ne. Interessant zu wissen. Ist mir bisher auf jeden Fall nicht weiter aufgefallen. Blizzard hat sowieso schon Verlust gemacht. BFA und vor allem jetzt Shadowlands ist voll mit Farm-Bots. Das Gold wird auf irgendwelchen Seiten umgewandelt in Echtgeld, ja. Und da haben sie ja schon des Öfteren versucht, diesen miesen Schattengeschäften, ja. Irgendwie ein Ende zu setzen und haben versucht, da eigene Angebote zu weben. Aber die passen sich ja auch an. Die bleiben dann ja nicht stehen und gehen sang- und klanglos unter. Ganz im Gegenteil. Und sie versuchen da immer wieder so einen Mittelweg zu finden, ja. Du kannst das schon weiterhin machen, aber dann ohne die und die Programme und ohne den und den Spielern dazu schaden und, und, und. Aber, naja, wenn du einmal dann ein richtiges Schlupfloch für dich gefunden hast, ne, dann läuft das in der Regel auch weiter. Und dann arrangierst du dich irgendwie damit. Was ist Multiboxen? Multiboxen, das, was wir im Grunde da gerade gesehen haben, so ein ganzes Druiden-Rudel, ja. Da laufen so 10, 20 Hirsche rum und sammeln alles an Kräutern, was geht. Und die werden alle von einem Spieler gesteuert. Er betreibt also gleichzeitig mehrere Accounts und das fasst man ganz grob unter Multiboxen zusammen. Na, und dadurch macht er natürlich, wenn er da fleißig Kräuter und Co. sammelt, erstmal eine ordentliche Schlange Geld. Und das gefällt immer vielen Leuten nicht. Allerdings nutzen auch nicht alle davon illegale Programme, um das zu steuern. Das wird gern vergessen. Ja, einige haben einfach Spaß an WoW als Wirtschaftssimulationen, holen sich dann so eben ihr Geld zusammen, finanzieren das dann alles über WoW-Marken, ja. Und so weiter und so fort. Und ja, ist häufig ein schwieriges Thema, bei dem viele sehr sauer aufstoßen, ne. Weil je nachdem, wie viele da natürlich rumrennen und rumpilgern und sammeln, nehmen die da natürlich auch schnell mal was weg, ja. Kräutern ein, so ein Krauter eben bis zur Unendlichkeit weg, sodass das direkt despawn, nachdem es drei Sekunden da war. Und das gefällt vielen eben nicht so, ne. Das gefällt vielen nicht so. Gut, Giga, müsste ich rufen können, oder? Mit meiner lustigen Fadengeschichte hier. Jawohl. Dann machen wir da auch noch gleich eine Gruppe auf. Hier, Gruppe erstellen. Und zwar, ich hoffe, ich halte das jetzt aus. Hier sind ein paar Hits. Giga. War Mode of Arp. Jawollo. Na dann. Dann können wir jetzt auch einmal reinzimmern. Hier ist ja noch keiner. Ja, noch ist er noch nicht halb tot, da können wir HCDs ziehen. Nice. In die Gruppe adden und das Teufel Jole mit gefräßigem Schleim aktivieren, ihn davon fressen lassen. Ja. Das ist dann die andere Challenge, ne. Nice. Erstmal dafür sorgen, dass man sich vorher als Kraut verkleidet, ne. Und dann so angekräutert wird. Dann wird man dadurch in die Gruppe geladen und dann ist man einfach der Multiboxer-hassende Zerhacker. So wird man dann bekannt. Großartig. Warte, ist das hier gerade? 30 verschiedene Giga-Gruppen ab, oder was? So schnell, wie die Kollegen da ablehnen. Toll. Hätte ich mal erst in einer Gruppe wieder gucken müssen, ne. Ach, da habe ich meine eigenen Regeln wieder nicht beachtet. Und jetzt hauen wir hier alleine drei Stunden drauf rum. Naja. Darum vorne immer erstmal die Gruppen checken, ne. Weil selbst wenn es bei euch ab ist, im blödesten Fall, haut ihr dann alleine sieben Stunden drauf. Sad life. Siehe da, den mit Zuckerstangen. Gucke. Auch mal Glück gehabt an Weihnachten, ne. Und das im letzten Jahr. Verrückt. Vape. Krista. Hallöchen. Warum kann ich bei Bolvar keine Aufgabe annehmen? Äh, du. Keine Ahnung. Da müsst ihr natürlich wissen, über welchen Questfortschritt wir reden, ne. In der Regel hängen die Bolvar-Sachen mit deinen Erfolgen in Torgas zusammen. Damit wie viele Quests du im Vorfeld gemacht hast. Wen du schon befreit hast. Nur der letzte Strang mit der letzten Sequenz mit Sylvie und Anduin, über die wir auch in den Analysen auf YouTube sprachen, die bekommt man glaube ich nur, wenn man Denatrius, also den aktuellen Raid-Boss besiegt hat. Ich glaube nur dann blitzt diese letzte Quest mit der letzten Sequenz auf. Ansonsten baut bei Bolvar eigentlich alles nach und nach auf. Hat natürlich ein Ende. Ja, da gibt es keine 300 Quests oder so. Keine Ahnung, lass es 10 gewesen sein. Und die wurden eigentlich wöchentlich freigeschaltet, müssen aber jetzt alle verfügbar sein, wenn man eben die nötigen Voraussetzungen mitbringt, ne. Die Bosse bzw. Rares in Maldraxxus sind wie immer überhaupt nicht gönnerhaft. Ich raste aus, aber Nerissa haben wir noch. Und maybe, maybe haben wir jetzt ja den Dream am Start. Ne, Sabria ja auch nicht da. Naja, wir müssen ja noch ein Stück reiten. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Also so eine Verkleidung wie in der Startzone der alten Decays. Ja, herrlich mit diesem Baum, ne. So schlecht bemalt. Kulisse. Der Holzbaum, genau. Ja, großartig. Hille, Hallöchen. Vexort, hi. Dank deinen Mad Moments kann ich nicht mehr, ohne an Mad Moments zu denken, Eisblume von Subway to Sally hören. Danke, gar kein Problem. Manchmal sind wir sehr musikalisch unterwegs, ja. Kann mir auch vorstellen, dass die... Oh, wann kommen die denn? Ich glaube Ende des Monats erst. Die Mad Moments, die Ende des Monats kommen. Auch sehr viel Hass, ich sag mal, erzeugen werden, denn da haben wir so ein bisschen über großartige Lieder gesprochen, wie Die, die immer lacht. Ein Song, den ich nie vollständig gehört habe, wo ich auch die Interpretin nicht mehr mit Namen kenne und so, aber ein Song, wo folgendes passiert, wenn man darüber spricht, irgendjemand wird ihn singen. Und da sind wir wieder musikalisch unterwegs gewesen. Bin ich gespannt. Und manchmal wünscht man sich bei den Mad Moments mittendrin einfach taub zu sein. Ich denke, das ist sogar sehr häufig der Fall. In diesem sogar sicherlich häufiger als davor. Beer Riesel, hi. Ich hänge mit meinem Hunter dort auch bei der Bolvar Quest fest. Habe gerade mal Bane befreit, er hatte keine mehr für mich. Eine Woche zuvor konnte ich mit meinem DK noch komplett durchballern und jetzt mit dem Hunter nicht. Keine Ahnung, was sie geändert haben. Runenmetz und so hast du aber befreit. Nicht, dass dir irgendwas bei Venari hängen geblieben ist oder so, weil das war ein bisschen problematisch, meine ich, gerade am Anfang, dass du die Quest von Bolvar bekommst, dann Bane rettest, dann auch gleichzeitig den Questteil hast, wo du mit Venari sprechen musst. Die spricht aber erst mit dir, wenn du Bane weggebracht hast und diesen Schritt von wegen Bane erst nach Oribos bringen und dann zurück in den Schlund, den habe ich zum Beispiel hin und wieder mal verteilt und verteilt vor allem, verpeilt und mich dann sehr gewundert. Vielleicht hängt es da irgendwie bei euch dazwischen noch mit dem Runenmetz reden, mit Venari oder irgend so ein Geschisse. Ansonsten, kein Plan. Vielleicht haben sie da wirklich irgendwas geändert, ist mir bisher aber bei meinen Twings glücklicherweise auch noch nicht weiter aufgefallen. Ich kriege die Anfangs-Quest von Thrall nicht, welche Voraussetzungen gibt es? Weißt du das zufällig? Nö, also meiner Meinung nach, so wie Shion das auch gerade beschrieben hat, war das immer Schlag auf Schlag, eine fertig, die nächste ist da. Vielleicht kam uns das aber auch nur so vor und die Questfortschritte sind gebunden an Kampagnenfortschritte auch in den Packteilen oder so. Vielleicht müsste er da noch irgendwas fertig machen. Ist da irgendwas, was zusammenhängen könnte? Mehr würde mir jetzt auch nicht einfallen, weil bisher in diesem Ausmaß, wie gerade bei uns hier, spontan drei, vier Leute aus dem Boden geschossen mit dem selben Problem, ist mir das noch nicht zu Ohren gekommen und selber hatte ich es tatsächlich auch nicht. Arteros, hallöchen! Grüße! Grüße! So, das Geile ist jetzt hier, dass wir aus der Nekro-Kampagne unser Kostüm haben und dann können wir ja einfach durchreiten, ohne groß zu pullen, was super angenehm ist und hier liegen schon Leichen rum. Auch das bedeutet, wir sind richtig. Dann suchen wir mal nach Nerissa. Nerissa, 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 was ist jetzt hier los? Scanner? Ne, Scanner wollen wir nicht. Dann warten wir einen Moment. Nerissa wird eigentlich auch immer gut abgekämmt. Hab sogar Leggy gecraftet. Hab nur die normale Questreihe bei Venari nicht weitergemacht, von wegen Regel 4 und so. Nö, die habe ich aber eigentlich auch nicht gemacht. Hm, ja, höchst seltsam. Wer weiß, was sie da verschissen haben. Ich habe mir mal aus Langeweile die Dance Origins von den Rassen angeschaut. Wie zum Fick findet man solche Ursprünge, ohne komplett dicht zu sein? Pandas vor allem. Ja, oder wenn ich auch an den Drenatanz zum Beispiel denke, genau, aus irgendeinem arabischen Musikvideo. Was es da nicht immer für seltsame Referenzen gab, ne? Mal mehr, mal weniger der Popkultur entspringt. Ja, frag mich nicht. Da gab es bestimmt so diesen einen, diesen einen großen Forenbeitrag, ja. Und da haben sich dann alle gesammelt und jeder hatte irgendwo noch eine Idee. Irgendwer hatte irgendwo mal was gehört von einem guten Freund. Von irgendeinem verrückten Tanz, ne. Und dann wurde sich gegönnt. Ja, wenn das eine Einzelarbeit war von echt einem alleine, dann müssen wir den dringend mal fragen, was da los ist, ja. Ein Dachdecker, der gegenüber auf dem Dach arbeitet, hat Didi Immerlacht 24-7 gesungen, nicht auszuhalten. Ja, da musste er versuchen, nicht völlig wahnsinnig zu werden auf diesem Dach und hat anscheinend nicht so gut geklappt, ne. Kann man sich jetzt streiten, was den Erfolg angeht. Hör dich mal nebenbei beim Kochen. Heute gibt's Rindergulasch mit Perlzwiebeln und Semmelknödel-Atheros. Aber da wird sich ja herrlich gegönnt. Ein gutes Gelingen und vor allem guten Hunger, ne. Ich werde heute bestellen. Auf euren Nacken. Eiskalt, wie ich bin, ja. Lieferando hat mir nämlich im Jahresüberblick geschickt, dass mein Hauptbestelltag immer mittwochs ist. Aber ich denke mir, nein. 2021 heißt auch Veränderung. Darum bestelle ich jetzt auch dienstags. Krass, oder? Man muss sich ja auch entwickeln, Leute. Man muss sich ja entwickeln. So, wir sind bei einem netten russischen DH in der Gruppe gelandet und können jetzt eine Risse als letzten Rare einmal umholzen. Geil. Rindergulasch klingt richtig gut. Hätte ich auch gerne. Bei uns gibt's heute Nudelfanne mit Huhn. Ach, Nudeln sind ja auch toll. Nudeln kannst du machen warm, Nudeln kannst du machen kalt, oder? Das schmeckt immer herrlich. Ich hatte gestern auch ganz viele Nuggets. So, verschiedene Nuggets, verschiedene Soßen. Oh, Nuggets sind auch immer eine feine Sache. Vielleicht, was ist denn mit dem da los, Alter? Er hat seinen Fanclub dabei, oder? Haha, was macht denn der Hexer? Nein, wird er die jetzt alle töten? Die töten eher den Hexer, oder? Mit ihrer Knochenrüstung. Da hab ich jetzt einfach mal ein Auge drauf, da bin ich ja gespannt. Dev CD ist auch an. Also ich würde ihm normalerweise jetzt schon helfen, aber jemand, der so zuverlässig, äh, zuverlässig, zuversichtlich pullt, da bin ich ja jetzt eher gespannt, wie er das zu löst. Äh, ja. Okay, also war nicht ganz unerwartet, aber ich wollte mich jetzt eigentlich positiv überraschen lassen. Hatte ich gestern auch so eine ähnliche Situation, als ich in der Bastion unterwegs war und kam dann vom Süden, da war diese, wir machen einen Aspiranten-aus-euch-Welt-Quest ab, ne, wo man so ausweichen und so weiter, ähm, musste. Kein Mount, so sad. Und da bin ich dann hochgeritten und da ist ja links von diesem ersten Posten, wo wir auch Klayer und Pellagos kennenlernen, da ist ein bisschen rechts davon so ein Elite-Konstrukt für eine Gruppenquest. Und da hat ein Magier alleine dran, naja, zu tun gehabt, war kurz vorm Verzweifeln, war auch kurz vorm Tod, bin ich halt kurz ran, abgespottet, fertig, ja. Und er hat sich auch bedankt, da hatte ich wieder, hatte ich wieder Schiss, ne, dass ich jetzt der Einzige hier in der Bastion bin, der ihm irgendwie geholfen hätte, dass das wirkt dann immer so, wenn sich Leute so übertrieben, in Anführungsstrichen natürlich, ja, übertrieben bedanken, so, als hätten sie denen ja mit gerechnet, als wären schon 20 Leute an ihm vorbeigeritten, ja, und alle hätten auf ihn gespuckt, haha, du stirbst an den Mob und so, da versuche ich eigentlich schon immer der Sozialtauche zu sein und dann wenigstens mal schnell zu helfen, ne, vor allem, wenn der Mage auf 5 und der Mob auf 10% ist, so, und der gerade in seinem Eisblock schwitzt, ne, dann ist das eigentlich, eigentlich Standard, wage ich zu behaupten, ne, aber die Reaktion lässt manchmal anderes vermuten. Wie heißt sein Mikro? Ich benutze seit Jahren das rote NT-USB, aus dem einfachen Grund, dass es preislich in Ordnung ist, qualitativ, sehr geil, und es ist USB, da heißt, du brauchst keinen Mischpult oder so, ihr wisst, technisch, ja, habe ich absolut überhaupt gar keinen Plan und das stöpselst so einfach in den Rechner, muss nichts weiter einstellen, Feierabend, also, das kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, leider habe ich da kein Sponsoring für, deswegen kauft auch andere Mikros, haha, ne, das ist wirklich ziemlich, ziemlich geiles Teil. Gestern hatte ich aber auch wieder einen Mad Moment, hab mir gedacht, komm, machst du mal eine M1 für den Tresor, hab für meinen Plus-3-Hallen der Sühne eine Gruppe aufgemacht, soweit ging alles, dann kam der erste Boss und man konnte zweimal in Folge nicht den roten Strahlen ausweichen, so mit zwei Vibes, was ist dann das Endresultat? Richtig, die hauen einfach ab und setzen meinen Key auf, plus zwei, ja, bittere Story, auf jeden Fall, vom Boss-Wipe bis zum leider klassischen Ende einer Random-Gruppe, Mam. Hatte vorhin schöne asiatische Nudelfanne mit Huhn, scheinbar ist Dienstag Tag des Huhns, na, dann habe ich ja gar keine Wahl nachher, ne, es gibt kein Entkommen, Alter Nass, mach das ganz richtig da, Grüße, Ha, 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 Ebrel, Hallöchen, Hi, bei Dominos gibt's jetzt mit Zimt und Zucker bestreutes Fladenbrot und extra Zuckerguss zum Stippen, also meine Jungs feiern das gerade total, wie heißt das dann, Zuckerschock-Menü oder, ja, klingt geil, Zimt muss ich sagen, bin ich auch Fan von, nicht zu viel, aber Zimt bin ich auch sofort gedanklich bei Weihnachten, das mag ich ja ganz gern und dann bin ich auch schon zufrieden, ja, dann bin ich schon happy, absolut. Okay, wir wollen, Freunde, heute in Revendreth die ein oder andere Rare-Runde noch drehen und zwar in folgender Manier, ich habe es vorhin schon angedeutet, wie mit unserem Drachen in der Bastion, das heißt, wer Bock hat, kann dann jetzt gleich mit zu mir kommen, ich bin beim Finsterwald-Turm, den wird der ein oder andere noch kennen, denn hier waren wir auch im Rahmen der Kampagne mit Renatal unterwegs und auch hier soll es wieder einen Rare-Mob geben, wie immer, kann sein, dass scheiße wird, aber auch hier soll es einen Rare-Mob geben, der kommt, wenn wir genügend Mobs in dieser Zone getötet haben. Das heißt, wir werden uns hier zu einer feuchtfröhlichen Gruppe zusammenfinden, dann werden wir alles töten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, das werden wir so 2, 3, 500 Mal machen und dann kommt irgendwann ein Rare. Ach, wer ist da denn zufällig? Aha. Wer dachte, ich lüge, wenn ich sage, dieser Mann ist überall, der wurde jetzt eines Besseren belehrt. Ja, wollen wir gerne mal ausprobieren? Ihr kommt am einfachsten her, also kann sein, dass wir einen Hexer haben, ja, dann können wir porten, aber am einfachsten, nehmt ihr einen Flugpunkt hier in der Nähe, ich sehe ihn gerade komischerweise nicht, auf meiner Map bin ich beschert, da ist er doch, meine ihr, gelb auf gelb auf braun, verkohltes Bollwerk, könnt ihr zum Beispiel fliegen und dann ist hier, wo ich stehe, der Aufzug, ne, da sind so 2, 3 Schritte, dann seid ihr auch schon oben. Ja, und dann pimmeln wir ja alles um, finden Rare, der kann kein Mount dropen oder so, ist aber wieder wichtig für den Erfolg, bisschen Anima, vielleicht bisschen Temok, dies, das. Wer Bock hat, kann gerne mitkommen, ganz entspannt vorm ID-Reset, wie immer, Kriegsmodus aus, für die Horde, serverübergreifend organisiert, benutzerdefiniert, Gruppe LOL, L-O-H-L und dann wird angegriffen. Mir ist ein Gefallen, das Schwert von Sageras steht immer noch, glaubst du, das Schwert wird eine Bedeutung bekommen bezüglich der Story? Ja, das ist auf jeden Fall nicht undenkbar, sei es die Verwundung von Azeroth betreffend, sei es den Kerkermeister und seine Pläne betreffend, dass er am Ende des Addons ganz locker, leger durch den Schleier steppt, dass der Riss von Eiskrone sich weiter ausdehnt, er das Schwert ergreift und damit gegen die kosmischen Mächte zieht. Vielleicht wird Sageras von Illidan und dem Pantheon wieder umgekrempelt und wird die Waffe dann selber rausziehen. Frage ist nur, was machen wir mit der Wunde? Dann haben wir ja wieder Azerid-Szenen und so weiter. Also da ist einiges im Detail noch zu klären, aber dass das jetzt nicht völlig ad acta gelegt wird, das ist, denke ich, ja, nahezu klar, ne, relativ eindeutig. Gleiche Frage wie mit LOL oder mit LOL-Tänzen, wie kann man auf den koreanischen Riverdance bei Shyvana oder den Tanz von Sian aus dem Film Eis am Stiel kommen? Ja, es wird immer diesen einen Typen, ja, diesen einen Typen dann geben im Büro und der sagt dann, Leute, so wird's gemacht. Magni reibt sich schon die Hände, ja, wer weiß, ob Magni das nicht sogar will. Endlich wieder Azerid, Leute. Geile Sache. Rheumasalbe, Halleluja. Na, dann können wir uns auf chinesisches Jahr des Huhns freuen. Na, aber hallo, da gibt's ja dann auch ein Huhn-Mount im Shop, ne. Aber das dauert noch. Am nicesten ist ja, dieses Jahr wird's ein Büffel geben, wenn sie diesem System treu bleiben. Und dann kommt, glaube ich, auch in einer nicht allzu fernen Zukunft das Jahr des Hasen. Freu ich mich auch sehr drauf. Mal sehen. Reittiere sind immer eine gute Sache, ja. Ich bin mir inzwischen ziemlich sicher, dass Maveritt eigentlich ein GM ist, der Craft und die Army heimlich ausspioniert und dann Crafts Ideen für zukünftige Patches sammelt. Oha. Dann aber hoffentlich nicht alle, die wir hier besprechen. Da kann er hoffentlich differenzieren. Aber wär schon krass, ne. Irgendwann eines fernen Tages kommt Maveritt dann auch so um die Ecke und hat noch seine blaue Game Master oben. Oh, shit. Ja, das wär natürlich scheiße gelaufen. Ganz unmöglich ist es nicht. Aber wir werden das gespannt beobachten. Absolut. Wenn wir das Schwert rausziehen, würde sich dann in Silitus nicht ein neuer Brunnen der Ewigkeit bilden. Höchstwahrscheinlich. Also kommt drauf an, wie schnell wir auch mit der reparierten Herzkammer und mit den vereinten Kräften der Dudus und wer auch immer dann da vor Ort ist, reagieren können. Ja. Kommt, denke ich, ganz darauf an, wer das rauszieht und wie vorbereitet wir dann sind. Ja. Und wenn dann alle an einem Strang ziehen, das wäre ja eigentlich auch ein schönes Ende für BFA gewesen, haben wir uns immer ausgemalt. Alle nutzen ihre Arzeritmaschinen, um das Schwert Stück für Stück zu zerstören, abbaubar zu machen. Ja. Goblins und Gnome gleichermaßen erfinden Sachen, um diesen Prozess irgendwie schultern zu können. Die ganzen Droiden, Schamanen und Co. Hand in Hand und sogar einen Drachenschwärme mit dabei und was weiß ich nicht, wer alles. Aber naja, es kam dann ein bisschen anders und das Schwert ist gerade scheißegal. Aber je nachdem, welche Rolle es spielt, sind da im Detail auf jeden Fall viele Sachen noch zu klären. Ja. Total. Gut. Ich habe heute übrigens, Freunde, ein Commentary gemacht von Tiefenwindschlucht mit einem Täuschungsschorken. Ey, der ist da mit 27 Kills rausgegangen. Ich dachte auch, Bruder, der Schaden, der war nicht von dieser Welt. Ne, der ist an Leute rangegangen, hat in die Engage, hat noch sein PvP-Talent stacken lassen und hat die einfach mit drei Hits aus dem Leben geballert. Ne, natürlich Kyrianer, Widerhall in der Tade, wissen wir auch, markierst da einen deiner Kombopunkte und wenn du dann genau diese Anzahl von Kombopunkten verbrauchst, egal ob zwei, drei oder vier, machst du Schaden, als wären es sieben gewesen. Und wenn das dann krittet mit Schattentanz oder so, Alter, dann war halt Feierabend. Aber so ein BG habe ich auch noch nicht gesehen. Muss mal gucken, wann ich euch das kredenzen kann, aber da war ich selber gar nicht vorbereitet. Hab überlegt, das ohne Commentary hochzuladen oder die ganze Zeit nur Alter zu sagen. Hab mich dann aber doch fürs Gegenteil, ich sag mal, umstimmen lassen. Ja, entschieden und war eine heftige Runde. Wollte nochmal Danke sagen für deine Videos. Allen voran die andere Seite. Wir sind das Ding gelaufen wie die Götter. Ah, das freut mich natürlich zu hören. Möge das so bleiben. Ich drück die Daumen. Ne, Lyncux, hi. War das zufällig so ein bärtiger Streamer, der im März einen Charity streamen macht? Könnte sein. Man weiß es nicht genau. Dat Fnufflux, hi. Wer hat eigentlich Szenarios verderbt? Weil er ist ja schuld, dass Isera erschienen ist und somit verderbt werden konnte, somit in den Schattenlanden gelandet ist. Was für eine kranke Planung ist das bitte? Ja gut, da können wir uns nicht ganz sicher sein, ob das zusammenhängt, weil da eigentlich andere Mächte agieren. Und dann ist natürlich die Frage, wer hat denn was davon, dass Isera jetzt in den Schattenlanden ist? Angenommen, das zählt mit zum großen Plan und der Kerkermeister hat das wirklich genau so eingefädelt, was im Detail sehr schwierig werden dürfte, weil Hauptverantwortlicher dafür war Xavius, der eigentlich zunächst von den Dämonen, dann von den alten Göttern verdorben wurde. Bedeutet, der ist eigentlich sehr weit weg vom Tod. Kann natürlich dennoch in diese Pläne eingearbeitet worden sein, als Marionette dienen, aber dann wäre er schon Marionette von dreien. Da wird es langsam ein bisschen verrückt. Und dann, wie gesagt, wissen wir ja noch gar nicht, welche Rolle Isera letztendlich zu spielen hat und dass der Kerkermeister daneben den ganzen Planungen mit Kel'Thuzad und Uta und so weiter sagt, okay, Isera ist jetzt auch im Ardenwald. Kerkermeister warum? Keine Ahnung, Bro, finde ich geil. Das ist, glaube ich, im Detail dann ein bisschen schwierig. Also da hängt vielleicht ausnahmsweise mal nicht der Kerkermeister mit drin, sondern Elun, Eonar, andere Naturkräfte, die Winterkönigin selber. Vielleicht hat die nicht nur eine Schwester, sondern auch noch ein Bruder, der wollte ein neues Drachenmaunt. Also da sind die Details dann im, naja, Detail wiederum ein bisschen schwer abzuklären, ein bisschen schwierig zu verknüpfen. Unmöglich ist es deswegen nicht. Genauso wie der Fakt, dass alle jetzt da sind. Das ist sogar sehr möglich und wahrscheinlich, denn es ist einfach der Fall. Und da bleibt nur abzuwarten, was Isera für eine Rolle zu spielen hat. Und ob es nicht sogar gegnerische Kräfte des Kerkermeisters waren, die da, ich sag mal, ihre Finger eben mit im Spiel hatten. So, Freunde, unsere Aufgabe hier innerhalb dieser Turmzone ist es, alles umzuholzen. Einfach killen. Vielleicht gibt es noch den ein oder anderen schönen Random-Drop, ansonsten wirklich einfach der Reihe rumgehen, alles töten, ja, und irgendwann, ich nehme mal an, wird besagter Mob schreien oder einer dieser getöteten Diener schreit, ja, wie es häufig so ist. Und dann müssen wir gucken, wo der Rare spawnt. Und dann boxen wir den auch rum. Wie immer bitte alles möglichst ohne HCDs, dass auch jeder, egal wo er gerade was killt, die Chance hat, dann auch mit ranzukommen. Ne, denn wenn das nicht gerade ein Rare-Elite-Mob ist, dann wird er vermutlich recht schnell aus dem Leben gebolzt von unseren Kollegen hier. Eine Frage, wo ist Khadgar? Immer noch High von Netacrist sein kann sein. Er ist in Karazan, lebt da recht zurückgezogen und, ja, studiert er halt so das ein oder andere, vielleicht das ein oder andere, was uns nochmal nützen wird. Aber Blizzard hat ja auch ganz klar gesagt, dass Khadgar seine Hauptauftritte in Legion hatte, jetzt erstmal verdientes Päuschen bekommt, deswegen, ja, ist er halt in Kara und freut sich in Lenz. Hansa Roos, hallöchen. Es hat aber schon einen gewissen Schmetterlingseffekt, also die Sache mit Szenarios. Ja, durchaus, aber deswegen muss das ja nicht geplant sein. Ich meine, kann, wie gesagt, schon, will ich euch gar nicht absprechen, dass das so ist, aber wir müssen dann halt immer fragen, zu welchem Zweck. So, und da glaube ich, sehen wir momentan einfach keinen. Lass mich da super gern vom Gegenteil überzeugen, aber bei Isera und bei all den Mächten mit den Xavius gegensätzlicherweise zu Zoval im Bunde war, ähm, sehe ich da momentan nicht den Nutzen, ne. Möglicherweise, gut, so könnte man sich das irgendwie halb zurecht reiben, hat Isera halt die Winterkönigin noch weiter geschwächt, weil ihr Anima nötig war, um sie von den Albträumen zu läutern, aber auch das hatte jetzt ja nicht ansatzweise einen vergleichbaren Effekt, wie Uta und die Verschmähten oder auch Kel'Thuzad in Bezug auf die Manipulation von Maldraxxus und Revendreth gleichermaßen, ne. Da wird's dann im Detail sehr schwierig. Insofern kein gänzlich falscher Gedanke, aber umso mehr man da ins Detail geht, umso mehr man den Nutzen hinterfragt aktuell, ähm, ja, ist das einfach nicht abzusegnen, ne, in dieser Hinsicht. Ob man an den Tower-Skin vom Dudu-Tank noch rankommen kann? Nein. Ihr könnt alle Artefakt-Skins aus Legion noch freischalten, außer die vom Magierturm. Das war die Solo-Herausforderung Ende Legion und als die rausgeflogen ist, schwand damit auch die Chance, diese Skins zu erhalten, dahin. Ich hab da etwas nicht richtig verstanden, wieso war in der Geschichte der Worgendruide so gefährlich? Der Worgendruide, ähm, das haben wir nochmal ausführlich besprochen, falls ihr es im Rahmen von einer schönen Geschichte hören wollt, und zwar als wir Grauen bei Fackelschein gelesen haben, eine Geschichte von unserer Oberlore-Mutti Christy Golden zu finden in meiner Hörbuch-Wie-Auch-Lore-Playlist und da ging's auch um diverse Worgengeschichten und Co. Generell haben die Druiden früher experimentiert mit verschiedenen Gestalten und so zum Beispiel mit der Lass mich lügen, es war, glaube ich, die Rudelform. Eine sehr wilde Form, ja, um nicht zu sagen eine Art Worgenform und diese war eben nicht zu kontrollieren. Es gab dann verschiedene Riten, verschiedene Artefakte mit verschiedenen auch mächtigen Relikten, ja, zusammengenäht, zusammengesetzt wie so ein Zahn von Goldrin, ja, von unserem Oberwolf, wenn man so will, um das irgendwie zu bändigen, zu kontrollieren und so weiter. Dann gab's noch, ja, Verknüpfungen, wo dann im Endeffekt auch Arugal mit drin hing, er kennt vielleicht, ja, ein oder andere noch aus der Burg Schattenfang, ne, der ja auch mit Worgen und so weiter, Portale und was nicht alles für Geschichten. Also, war recht schnell, das will ich nur mit diesen Eckpunkten gerade sagen, recht schnell, sehr konfus, ja, was das angeht. Aber die Druidenform an sich war eben einfach nicht kontrollierbar, wurde trotzdem von einigen immer wieder versucht, ja, unter Kontrolle zu bringen mit dem Ergebnis, dass nicht nur die gegnerischen Dämonen, sondern auch die eigenen Verbündeten angegriffen wurden und, ja, deswegen wurde diese Rudelform nicht mehr benutzt, beziehungsweise wurde in dieser Form sogar verboten, wenn ich mich nicht irre, aber, wie es so ist, genau das macht's dann für einige ja echt erst richtig attraktiv und, haha, mehr muss ich dann fast gar nicht sagen, oder wie es ab da dann weiter ging. Teilen, Hallöchen, hi, hi, wo kann ich die gelesenen Geschichten finden? Ähm, also zum einen immer in den besagten Playlists auf meinem Kanal, entweder die Nur-Story-Version in der Cut-Playlist oder die Uncut-Version mit Analyse in der Analysen- beziehungsweise Lore-Playlist und zum Selberlesen immer auf www-europe.com, Europa geschrieben, das ist die offizielle WoW-Seite und da irgendwo, wenn du oben diese Hauptbanner durchklickst, so Spiel und News und so, da müssen dann irgendwo Kurzgeschichten, Comics und so weiter sein, da wirst du natürlich dann auch erst zu denen geleitet, die du kaufen sollst, es gibt aber auch viele Comics und Kurzgeschichten auf der Homepage so zum Lesen und da ist zum Beispiel hier und da auch einiges dabei, ähm, wobei da diese ganze Fluchgeschichte weniger explizit erwähnt wurde, als vielmehr einige dieser Eckpunkte, die ich gerade angesprochen und dann im Rahmen dieser Lesung damals auch analysiert habe. Wer schreit hier der Gefangenen nur? Sehr sad, da sind wir also bei dem, was ich eben, eben abgerissen habe, bisschen mehr ins Detail gegangen. Fredon, Hallöchen, Hallöchen, hast du eigentlich Haustiere, wenn ja, welche? Ja, meine Katze, besser gesagt, mein Kater, Herrn Mayer, den könnt ihr unter anderem auf Insta sehr häufig bewundern. In welchem Pakt würde deiner Meinung nach die Klasse Monk passen, wenn man bedenkt, dass Krieger meist bei den Necrolords und Palas in der Bastion landen? Ja, wobei Krieger wirklich nur vom Äußerlichen gern bei den Necros landen, ne, weil die Paktfähigkeit, die ist bei 4 nicht ganz so gut weggekommen, aber den Monk, den sehe ich eigentlich eher beim Ardenwald, weil a, die Fähigkeit sehr schön ist, b, sehr viel Spaß macht und der Monk ja durchaus auch durch dieses Gleichgewicht gelöht, sehr gut in die Philosophie des Ardenwalds eingearbeitet werden kann, meiner Meinung nach, aber ja, das wird höchstwahrscheinlich jeder wieder ein bisschen anders sehen. Ne, ich hätte jetzt spontan auf den, auf den Ardenwald getippt. Wie ist das mit uns Ex-Titan-Geschmiedeten eigentlich? Wenn wir jetzt Anduin nehmen, ist er nur dem Licht zuzuordnen oder steckt da auch ein bisschen Ordnung mit drin? Wenn ja, wäre dann nicht Game Over, wenn man ihn jetzt korrumpiert? Spoiler eventuell. Naja, da ist ja die Frage, wie viel von dem titanischen Erbe ist über die Generationen hinweg überhaupt noch übrig geblieben, ne? Da kommt die Frage dann auf, wie das vererbt wurde. Müssen wir jetzt so ein bisschen Erbregelungen und Vererbungsregeln aufzählen und das so ein bisschen berechnen. Und ich denke, genau aufgrund dieser Unsicherheit hat Blizzard da sämtliche Freiheiten, das entweder völlig ad acta zu legen, einmal Tabula rasa zu machen, ne? Bei Null anzufangen hat überhaupt keine Relevanz oder zu sagen, na, liebe Menschen, liebe Zwerge, liebe Gnome, erinnert euch mal, was dann auch irgendwo in euch schlummert und reaktiviert das doch mal zu, naja, welchem Zweck auch immer, ne? Das bleibt wohl abzuwarten. Ganz davon abgesehen, dass dieses titanische Erbe der Ordnung gerade in abgeschwächter Form ja auch kein Problem sein muss, wie was zum Beispiel bei Sageras und der Chaos-Energie oder bei Eona und dem Leben sehr gut sehen konnten oder vielleicht auch bald wieder können. Dementsprechend ist das in abgeschwächter Form sicherlich auch kein Hindernis mehr für andere Mächte, zumals bei vielen, wie gesagt, eher, ich fasse es mal unter deaktivierter Natur zusammen, ne? Der Fall sein dürfte, wenn man versucht, danach irgendwas zu finden. Arugal, dieser untalentierte Magier, der die Worgen auf den Silberwald losgelassen hat, indem er die befallenen Nachtelfen-Druiden im Smaragd-grünen Traum eingesperrt hatte, also nicht hatte, sondern die beschworen hat, ne? Da sind wir bei dem Teil mit dem Portal und so weiter, wobei nie geklärt wurde, wie er auf die gestoßen ist, ne? Da haben wir wirklich, da haben wir auch in dem Lesestream, glaube ich, drüber gesprochen, ne? Dass da irgendein Teil fehlt. Da haben wir, glaube ich, sogar nochmal in die Wikis geschaut, wie neulich beim Alter von Alexstrasa und überall stand, ja, ist ungeklärt. Dachten wir auch nur, ja. Danke für gar nichts, Bläsort, ne? Also in der Geschichte sind tatsächlich einige Lücken, die von Blizzard aus Gründen nicht geklärt wurden. Deswegen ich auch, um diverser Verwirrung vorzubeugen, gerade mich auf diese Eckpfeiler eben beschränkt habe. Und wer Bock hat, kann gerne mal suchen nach, da gibt es durchaus Wiki-Artikel nach, Worgenformen, ja, oder auch Rudelformen und dann findet ihr bestimmt auch die ein oder andere richtige Zusammenfassung mit all den Fakten, die wir wirklich im Rahmen dessen so haben. Herr Meier sieht man auch auf den Sheba Craft Collection Packungen, auch das wäre toll. Katzen-Sponsoring, da sehe ich mich. Agua, sieben Monate, Dankeschön. Dankeschön. Herr Meier und die Ente ist ja mal mega süß, ist beides nice, ne? Beides nice, Tierchen. Schöne Sache. Die Titanen haben aber sicher genug Macht, den Fluch des Fleisches zu brechen. Hm, schwierig. Schwierig, weil der ja eingewoben wurde in die Existenzen. Da ist dann die Frage, würden die den wirklich brechen oder würden die, wenn die es in dieser Form mitbekommen und das als Störung empfunden hätten, hätten die dann nicht einfach alles abgeschlachtet und neu gemacht. Was dann auch schwierig geworden wäre, weil Joxaron war es ja, der alte Übeltäter, wenn ich mich nicht irre, der hat das ja in die Schöpfungsmaschinen eingewoben, ne? Und dementsprechend ist es gerade, wenn wir von Maschinen sprechen, liebe Informatiker, da ist dann unser Handeln sehr begrenzt, bis es dann irgendwann zum Vorschlaghammer kommt, ne? Da kann man dann noch so mächtig sein, irgendwie bist du dann im Rahmen dieser Apparaturen ja doch gebunden, ne? Fraglich, ob dazu noch irgendwas kommt. Wir haben uns ja auch mal drüber unterhalten, ob die Gesichtslosen, die wir kennen, ne? Diese Tentakel-Willis, die eigentlich immer in der Nähe von alten Göttern umherstreifen, ob das nicht auch nur Opfer vom Fluch des Fleisches sind. Ob der Fluch des Fleisches vielleicht noch gar nicht vorbei ist oder vorbei war, von uns dann unterbunden wurde, indem wir ihn Nordend auf den Kopf gegeben haben oder der Einfluss der Old Gods eben dann doch nicht mehr ausreichend war, wie beispielsweise auf anderen Planeten, die von der Leere erobert wurden. Und die, ich sag mal, Lebewesen, die Leute, die Menschen, die was auch immer auf diesem Planeten, wenn die diesem Fluch dann erliegen, weil der alte Gott eben den Planeten unterwerfen konnte, dann verwandeln die sich irgendwann in diese Tentakel-Willis und werden zu Gesichtslosen, einer anonymen, verschmolzenen Armee, ne? Einer Masse im Rahmen der alten Götter und ihren Reihen. Und das fände ich auch ganz interessant, so eine Theorie. Da konnten wir dann diesem Schicksal entkommen, aber vielleicht Armeen der anderen Welten nicht, ne? Das würde auch diese Unendlichkeit erklären. Ja, ist halt wie beim Universum, ne? Auch unendlich. Hahaha. Scheiße gelaufen. Finsterwald Gefangener schreit. Nein, wir wollen den Rare haben, der schreit. Der dauert bestimmt genauso lang wie der Drache, ne? Aber wir schnetzen ja auch schon eine ganze Weile, Leute. Langsam könnte es dann doch was werden. Langsam aber sicher. Was hältst du vom BM-Hunter? Macht sehr viel Spaß. Spiel ich ganz gern. Was ist denn so ungefähr ein DPS-Wert, den man als CD mit GS 180 haben soll? Du, kann ich dir nicht sagen. Generell gucke ich so gut wie überhaupt nicht auf solche Zahlen. Einfach weil sie auch unglaublich variieren. Und dann ist 180 jetzt ja auch irgendwie kein GS, wo, glaube ich, viele drauf Wert legen. Ich glaube, interessant wird das dann ab 200, 205. Das sind momentan so die GS-Zahlen, die, glaube ich, die meisten Spieler im, ich sag mal, obrigen Schnitt haben, ne? Vielleicht schon viele mit den Twinks. Da wird es dann, glaube ich, langsam relevant. Aber in dem Bereich, glaube ich, werden die meisten auch gar kein Auge aktiv haben, ne? Weil es da erstmal nur um Gier sammeln und klarkommen geht. Zumindest in den meisten Kreisen. Wenn wer Ahnung hat, dann natürlich gerne raus damit. Aber ich glaube, das orientiert sich auch immer eher an den oberen Zahlen, ne? An bestimmten Gierstücken und so weiter und so fort, mit denen man dann auch, naja, bessere Guides, Zusammenfassungen, Sims, Logs und sonst was raushauen kann. Ich bin gestern meinen ersten Raytile gelaufen und ich muss sagen, auf dem Ball zu tanzen ist nicht mein Ding. Ja, haben wir gestern, haben wir gestern auf Hiro die ersten Trials gehabt beim Rad des Blutes und war ganz nice zu sehen. Denn auf Normal muss man ja nur vier Tanzschritte machen. Auf Hiro waren es, glaube ich, sechs und nach vier Schritten sind schon die ganzen Ideen vorgelaufen, wollten sie schon hinstellen. Auf einmal ging es noch weiter. Das war auch sehr schön mit anzusehen. Letzter Pilger, Hallöchen. Und was ich mich immer gefragt habe, vielleicht mega dumm, wenn wir verrecken als Champion, sind wir ja in einer Geisterwelt, können uns wiederbeleben und so weiter. Wurde das eigentlich mal lore-technisch geklärt, ob wir special sind oder ist das halt weil MMORPG? Es ist natürlich ein bisschen was von beidem, ne? Wenn wir ehrlich sind, ist es natürlich was von beidem, da können wir den Gameplay-Faktor nicht ganz wegdenken. Aber gerade Muri, du als Kyrianer-Pakt-Partner erinnerst dich bestimmt an die Quest im Rotkamm-Gebirge, ne? Ja, da haben wir ja diese eine Seele abgeholt mit unseren geflügelten Freunden bei den Kyrianern, die ja in der Lage sind, durch den Schleier zu brechen, also in diese Zwischendimension abzutauchen und dann in unser Totenreich zu kommen, in unsere kleine Extra-Domäne, wo die Seelen darauf warten, abgeholt und durch den Schleier gebracht zu werden. Ja, und wir sind eben als Champions von Azeroth so sehr mit dieser Welt verbunden, was wir ja immer und immer wieder bemerkt haben in den verschiedensten Szenarien und Addons, dass wir eben nicht einfach weg- und rausgerissen werden, ja? Für uns dann kein Kyrianer sofort kommt, wir auch nicht verloren sind, sondern wir merken, okay, unser Körper ist noch da, haben noch eine Aufgabe, haben noch eine Bindung zu dieser Welt und so können wir, als wären wir alle mächtige Totenbeschwörer, unsere Seele wieder in den Körper pflanzen und so diesem Schicksal letztendlich entkommen, ne? Also Story-Technisch kann man das durch diese Bindung, durch dieses Champion-Dasein quasi begründen. Im Anime würden wir sagen, wir sind zu Willems stark, um zu sterben, die Macht der Freundschaft hält uns am Leben, ja? Aber auch hier haben wir genau durch diesen Aspekt, den du angesprochen hast, durchaus eine gewisse Sicherheit, ne? Was ist mit den Waffen los? Ich habe GS 207 und meine Waffe ist 187, ja 187 natürlich, ne? Aus der guten alten Daily-Kiste. Ja, wie es so ist bei den Waffen, ne? Ich erinnere mich an, wann war das? Ach, zwei, ach, drei, da habe ich drei, vier Wochen hintereinander Zweihandwaffen aus den Kisten gezogen. Diesmal sieht es bei mir auch eher so lala aus, was die Kisten angeht, Sherun hat dafür auch zweimal hintereinander aus der Weekly-Kiste geile Waffen bekommen, also der eine kriegt wieder gar keine, der nächste zehn, ne? Wie es so ist. Oder die Weltquest, die man hat, wenn man als Kyrianer die verstärkt bei dem Tempel, wo man entscheidet, stirb oder lebt, ne? Solche Sachen. Da sind wir dann gar nicht mit dabei. Tala, Hallöchen. Welche Tank-Syla-DDs findest du eher einfach? Welche eher schwer? Persönlich subjektiver. Das ist schön, dass du das nochmal dazu schreibst, bevor dann gleich alle Mains dieser Klasse ausflippen. Tank am schwersten. Boah, man muss sich überlegen. Tank am schwersten. Ich würde sagen Demon Hunter. Weil man muss mit dieser Mobilität umgehen können. Du hast erstmal eine abweichende Tank-Fantasie vom Grundkonzept, weil du hast kein klassisches Schild, hast kein klassisches Blocken und sonst was, ja? Das finde ich immer erstmal ein bisschen seltsam vom Feeling her. Ich gehe gerade gedanklich von Anfängern aus, die sich da durchmogeln müssen. Und da bin ich beim Demon Hunter. Auch wegen diesen Siegeln, ja? Die Gruppenkontrolle, die du mitbringst, während du vor lauter Mobilität und Rumhüpfen dich selber nicht aus den Augen verlieren darfst. Da bin ich vor allem erstmal beim Demon Hunter, was das Grundsätzliche angeht. Beim Heiler, beim Heiler muss ich sagen Paladin. Weil ich bin so eine verwöhnte Hot-Mutti. Egal, was ich eigentlich aktiv gespielt habe, ob es der Priester ist, der Shami oder auch der Dudu, du hattest halt deine Gruppe voll. Und selbst wenn du umfällst, heilt das noch eine Weile weiter. Und auch wenn der Parler mittlerweile hier und da, skill-technisch oder Aceri-Trade-technisch damals oder wie auch immer, ein paar andere Mechaniken hat oder 30.000 Flammen verteilt und alle direkt heilt, ist genau das der Punkt. Der ist in meinem Kopf eher der Direktheiler, ja? Der kriegt Schaden und du reagierst. Der kriegt Schaden, du reagierst. Der kriegt Schaden, du reagierst nicht, er ist tot. Da ist nichts mit Nachwachsen und Verjüngung und blühendes Leben, Springflut, Erdschild und Erneuerung, die dagegen heilen, sondern er ist dead, ja? Und das ist mir zu krass. Da bin ich zu alt für, okay? Das ist mir zu stressig. Ich will meine Hot setzen und dann läuft das. Und wenn das nicht läuft, Panik, ja? Und dementsprechend würde ich da sagen, der Parler und auch der Diszi als natürlich sehr spezieller Heiler. Es gibt viele Leute, die spielen Diszi, aber es gibt wenige Leute, die spielen wirklich Diszi. Wisst ihr, was ich meine? Und ich bin keiner von denen. Ich pimmel einfach manchmal so ein bisschen rum und weine dann. Und darum bin ich da bei Holy Parler und Diszi Priest, würde ich sagen. Bei Dede ganz klar Katzendudu und jegliche Art von Schurken. Weil da musst du einfach abgehen. Aber du musst anders abgehen als beim Demon Hunter. Demon Hunter, so oft wir uns drüber lustig machen, so häufig ist es auch einfach Face Roll. Du drückst irgendwas, bämmst AOE in die Fresse und Feierabend, ja? Bam, alles ist AOE. Wenn ich an unsere Demon Hunter im Raid denke und es heißt nur noch Single Target, dann loggen die sich aus. Weil die sind AOE. Feuerbrandaura, Klingentanz, Augenstrahl, Fellrush, irgendein Siegel, irgendeine Paktfähigkeit, ja? Alles, was du machst, ist fucking AOE. Das ist halt krass. Und da kannst du, ich sag mal, natürlich im Detail auch, aber im generellen Aufbau weniger falsch machen als beim Schurken. Als ich heute dieses Täuschungsschurken-PVP-Kommentary fertig gemacht habe, von einem guten Spieler mit passenden PvP-Talenten, der hat gefühlt vor jedem Engage, oh der Rare ist da, der Rare ist da, liebe Leute, da kommt er, sehr schön. Vor jedem Engage erstmal eine Bachelorarbeit geschrieben über die Art und Weise, wie er jetzt mit seinen Hard-CDs das vorbereitet und dann loslegt. Und das ist mir auch zu krass. Ich erinnere mich dann auch immer, ich glaube an die WOD-Zeit, um vom Schurken wieder zur Katze zu kommen. Da hattest du Blutungen, da hattest du irgendein Brüll und so weiter, ja? So tausend verschiedene Sachen hattest du da. Und wenn du auch nur einmal das Brüllen zu früh, zu spät, generell falsch, wie auch die Blutung entsprechend gezogen hast, dann war vorbei. Dann war over, dann bist du sowas von runtergerutscht im Schaden. Ist sicherlich mittlerweile besser geworden, aber ich bin traumatisiert, ja? Ich bin einfach traumatisiert. Wo landet denn der Rare? Fliegt der jetzt hier erstmal eine halbe Stunde rum? Müssen wir den dann suchen, wie so ein legendäres Pokémon, was irgendwo mal auftauchen kann, oder? Aber es hat schon mal funktioniert, Leute. Danke fürs Mitkommen. Ja, und im Rahmen dessen sind das die Klassen oder die Rollenvertreter, die meiner Meinung nach, oder um es anders zu sagen, für mich am schwersten sind, ja? Generell lebe ich aber eigentlich die Philosophie, keine Klasse ist an sich schwer. Die sind alle irgendwo leicht zu lernen, wenn man sich hinterklemmt, aber im Detail natürlich schwer zu meistern. Und wenn man das will, kann man das auch hinbekommen und auch unterschiedlich viel Spaß damit haben. Aber, ja, hat schon seine Gründe, warum ich vor allem tanke und warum ich wenig heile und warum mein Schorker auch im Bankscheiß, ja? Das hängt auf jeden Fall auch mit sowas zusammen. Der Regi abonniert auf T4G2. Sehr lecker. Dankeschön. Vielen Dank. Evil, Bruder, ist das Creepy, Crapple? Beides? Ich weiß es nicht. Apple, Grüße gehen raus. DHS ist eine Klasse für ADHS-Kids, die immer herumhüpfen, siehst du auch im Kampf mit NPCs, die sich nicht bewegen. Ja, du, aber wenn ich hier mal gucke, was das angeht, dann machen das Meelies generell ganz gern. Also dieses natürlich klischeehafte Meme, möchte ich fast sagen, das trifft schon auf viele Meelies zu. Und ganz ehrlich, wenn ich als Schorke spiele und wenn ich nur twinkle oder als Krieger oder so, ich tippe auch immer hin und her. Ich tippe auch immer hin und her. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Bilde mir ein im PvP, hat das irgendwie so seinen Anfang genommen und seitdem geht es kontinuierlich bergab. So sad. Leute, das war der Rare. Sehr cool. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank fürs Durchziehen. Es gibt hier einen Wams. Oh, für einen Assistenten oder was? Wait. Wait, wait, wait. Für meinen Gräber-Butler. Der hat sogar eine Quest für mich. Ja, das Wams. Er greift enthusiastisch nach dem Wams. Ich kann ihm was anziehen. Das ist Fred. Das ist Fred, mein Gräber-Butler. Und er sagt, es hat Ärmel, die über meine Ellbogen hinausreichen. Danke. Ich kann es kaum erwarten, bis wir den richtigen Zeitpunkt finden, es zu tragen. Cool. Dann zieh es auch bitte an, Bro. Ähm. Neue Kleidung würde euch gut stehen. Das Wams. Ja. Nicht zu erwechseln mit dem Sams. Und er hat es an. Ha, 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 ha. Wie geil. Da ist er. Mein Gräber-Butler. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, Leute. Vielen Dank fürs Mitkommen. Das hat auch schon mal super funktioniert. Wir haben noch so einen ähnlichen Spot. Da muss ich nur gleich nochmal reinlesen, wo der dann sein sollte. Wie genau das geht. Und dann würden wir uns so was Ähnliches hier nochmal anschauen. Mache die Gruppe dann auch nochmal auf, falls noch wer mitkommen möchte. Muss ich nur, wie gesagt, gleich nochmal reinlesen. TK, hallöchen. Bester Heiler ist der Blutiker. Ja, das macht natürlich Laune bei mir momentan. Von Woche zu Woche mehr Gier zu bekommen. Und dadurch den Heilern auch häufiger Konkurrenz zu machen. Das sind so die Zahlen, auf die ich schaue. Das sind so meine Zahlen. Nichts mit DPS. HPS ist der Real Shit. Ha, ha, ha. Das Hin- und Her-Tippeln als Melee kommt daher, dass man überhaupt was tun will, wenn man keine Procs hat. Oder keine Energie mehr hat als Schorke. Ja, man will dann, wie du sagst, irgendwie was machen. Ja, man will nicht nur dastehen und so mit leblosem Blick den Bildschirm im Auge behalten. Man will attackieren. Also das kennen glaube ich alle. Ob PvE, PvP. Ja, ich zocke hier. Ich will was machen. Attacke. Und muss alles raus. Ja. So, ich lese, wie gesagt, gerade mal rein. Das war der erste Rare. Den hatten wir gerade. Wunderbar. Ein weiterer Rare. Der heißt Lord Mordrigor. Soll der heißen. Lord Mordrigor. Für diesen fliegt ihr zum Flugpunkt Dunkelhafen und lauft die Straße Richtung Osten, bis ihr in das Gebiet Todesende kommt. Das war da, wo wir auch die Maldraxxus-Kampagne mit Keltas hatten, wo die ganzen Untoten sind. Okay. Wir begeben uns also in das Gebiet Todesende und fliegen am besten erstmal zu Dunkelhafen. Wo war denn hier überhaupt der Flugpunkt? Hör mal. Da unten. Hier so. Dann segeln wir da gerade mal runter mit unserer Feder. Und da müssen wir quasi hin zu diesem Gebiet Todesende. Da töten wir ebenfalls wieder ganz, ganz viele Mobs. Und das machen wir genau so lange, bis wir viermal das Item Mordrigor-Schriftrolle bekommen haben. Mit jeder dieser Schriftrollen kann man dann einen Kristall deaktivieren. Also, kennen wir von Eona. Magische Zahl 4. Vier Rollen wollen wir sammeln. Dann können wir vier Kristalle deaktivieren. Und wenn man diese aktiviert, deaktiviert, whatever benutzt, dann erscheint dieser Elite-Rare. Der droppt auch nichts Großbesonderes, aber ist auch wichtig für den Erfolg. Hier ein bisschen Anima und so, ihr wisst Bescheid. Insofern werden wir uns den mal angucken. Todesende wollen wir hin. Ich lese gerade nochmal von Dunkelhafen, Straße Richtung Osten. Und da dann auch wieder alles umbrezen. Wenn ich da bin, mache ich auch die Gruppe nochmal auf. Und dann gucken wir uns das genauestens an. Shadowlands ist kürzlich erschienen, aber ich freue mich schon aufs nächste Add-on. Es wird der zehnte und ich hoffe, sie haben was Großes geplant. Vielleicht wieder Erweiterung mit Brennende Legion als Trilogieabschloss. Yay! Endlich wieder grüne Sachen, oder? Endlich wieder Sageras. Und Killjaden. Oh, oh, wait. Lul. Darf ich wieder in die Gruppe? Ah, du hast es zu schnell verlassen. Sag mal, ist aber auch Frechheit hier. Und was hat unser Hunter-Freund noch geschrieben? Acid. Wie wäre es mal, mit einer kompletten Runde alle Rares mischen, wenn man alle halt bekommt, ein Toy, mit man sich in Schleimriesen verwandeln kann. Ist das so? In Maldraxxus. Okay, hätte schwören können. Wir haben das schon mal gemacht mit dem, mit dem alle mischen. Ja, kann man durchaus mal im Hinterkopf behalten. Frage ist jetzt nur, wo genau war denn hier Todesend? Stolz-Sturzweiler? Ja, keine Ahnung. Wir reiten erst mal weiter. Irgendwo wird das hier sein. Da unten? Ich habe leider völlig die Orientierung verloren. Aber das ist nicht schlimm. Wir haben ja Leute, die vorreiten. Und wir wissen, wer vorreitet, weiß immer, wo es lang geht. So sieht es nämlich aus. Ramon, Dallüchen. Und Black Shark mit elf Monaten. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie weit seid ihr eigentlich beim Raid? Wir hatten leider in den letzten Wochen Stagnation, weil viele Ausfälle, viele, die aufgehört haben mit WoW, Ausfall der Raidleitung und, und, und. Deswegen stagnieren die die letzten Wochen. Weil die letzten vier stehen noch auf HC. Ich hoffe, das bessert sich die nächsten Wochen. Und dann kommen wir auch wieder normal voran. Ja, hier scheinen wir richtig zu sein. Oh, der ist ab. Der ist ab. Leute, dann schnell Gruppe auf und ran poten. Geil. Wir können uns das Beschwören sparen. Also das Beschwören des Mobs. Wir müssen dann nur unsere Gruppenmember ranbekommen. Der ist schon ab. The fuck? Hä? Wer hat denn den beschworen und dann nicht gemacht? Was ist denn das für eine Wohltat hier? Hier sind aber soziale Leute unterwegs in Revendreth. Das ist ja herrlich, hör mal. Das steht ja schon. Ja, also hier sehen wir trotzdem die Kristalle, ne? Die man dann sicherlich ermächtigen kann mit diesen Schriftrollen. Aber ist halt gerade einfach nicht nötig. Ja. Freunde, dann warten wir auf alle. Und dann boxen wir den Kollegen um. Ehre. Ja, kann verwirrend sein, klar. Gerade wenn sowieso viel Wirbel und Trubel vorne im Melee-Bereich ist. Ja, ich denke da auch an Trashmobs, an diese Geisterbeschwörer in der anderen Seite zum Beispiel, ne? Wo du dann im Melee-Bereich schon so am Tänzeln bist, dann hast du da 30 verschiedene Affixe, auf die du achten musst. Dann kommt noch dieser Schattenweber mit seinem Kegel nach vorne, der Schaden macht und runterkicken kann, ne? Alter. Das ist halt eine belastende Nummer. Schau dir das Leben an. Solo packst du den als Tank nicht. Echt? Oh, oh. Ja, das ist nochmal diese andere Elite-Rare. Das stimmt wohl. Schau in den Text. Da gibt es noch eine Nummer 3. Das ist absolut richtig. Das heißt, je nach können wir auch gerne nochmal schauen, ob wir noch einen dritten Mob dann ranbekommen. Und erstmal müssen wir aber gucken, wir haben nämlich keinen Hexer dabei, dass wir alle halbwegs zügig hier ranbekommen, Freunde. Nach Dunkelhafen fliegen, wir haben keinen Hexenmeister und dann hier einmal herlaufen, möglichst zügig. Wir wissen, das ist ein offener Rare. Heißt, wenn hier jetzt wer anders vorbeikommt, kleine Gruppe oder so, können wir nicht dafür garantieren, dass es hier zeitnah losgeht. Wir haben keinen Hexer, wir können nicht porten, wer also selber nicht zeitnah erscheinen kann, der ist dann leider heute auf der Ersatzbank gelandet. Aber da werden wir ihm beim nächsten Mal natürlich wieder runterreißen können. Soll jemand jetzt 7 Stunden für die Anreise einberechnen, dann lieber beim nächsten Mal oder so. Ansonsten ab auf die Anima-Würmer und einmal ranfliegen. Kann es sein, dass es ähnlich wie bei LOL ist bezüglich Animation-Cancel beim Bewegen? Also das denke ich mir. Ich glaube nein. Ich glaube nein. Dafür habe ich zu wenig davon gehört, dafür sehe ich zu wenig Pro-Player, zu viele oder eher zu wenige krasse Spieler, die das machen und über sowas reden. Und da du gerade bei Melee's deine Animation sowieso sofort ausführst, beziehungsweise 24-7 mit deinen Waffen zuschlägst, einige schreiben es gerade. Alle Animationen kommen ja trotzdem, du unterbrichst ja in dem Sinne nichts. Würde ich sagen, nee, das ist nochmal eine andere Schiene. So. Freunde, dann würde ich sagen, wir warten eben auf den Kollegen hier. Muri ist schon wieder raus. Muri, was ist da los? Oha. Sag mal, der joint er hier nach dem Rare-Kill und vor dem nächsten geht er raus. Das ist wieder. Das sind die abgehobenen YouTuber wieder, Leute. Oder wenn ich die erwische, ne? Dann gehst du aber auch auf die Phrase. Warum spielen eigentlich so wenige Leute Hexer? Ja, bei uns, weil die immer zum Porten missbraucht werden. Da haben die keinen Bock drauf. Oder täuscht das? Was ist deiner Meinung nach die unbeliebteste Klasse? Ich sehe Hexer und Schorken tatsächlich am allerseltensten. Egal wo, egal in welcher Richtung. Ob PvE, PvP, ob M plus 2, M plus 10. Muss ich sagen, Hexer und Schorken doch. Relativ wenige unterwegs. Sehen wir auch hier in unserer Gruppe eigentlich ganz deutlich. Da haben wir einen Schorken, kann das sein? Keinen Hexer und so. Andererseits haben wir auch immer mal Gruppen, wo beispielsweise dann auf einmal 5 Hexer bei sind. Ja, das ist immer ganz nice zu beobachten bei unseren T-Mog-Rades, wo ja 20 Leute in die Gruppen passen. Ich bei Eona das Ganze dann auch aufteilen muss in Antorus, damit das sauber läuft. Und dann hast du die eine Woche gar keinen Hexer. Die nächste ein, die nächste sechs oder so. Also die staunen sich häufig auch einfach nur. Hexer und Schorken sind im Grunde der Samenstau von Azeroth. Und die lassen sich gerne mal bitten. Die wandeln auch gerne mal in den Schatten. Aber wenn du sie wirklich brauchst, dann sind sie auch da. Vor allem aber auch gerne, wenn du sie gerade nicht brauchst. Das sind so die üblichen Kollegen. Ein Kollege von mir hat gestern seinen ersten Denatrio-Skill gemacht. Flüstert er mich trocken an. Also so wie wir den weggeklatscht haben, erinnert mich, dass er an die Szene von One Piece, wo Ruffy den Aristokraten aus dem Leben nimmt. Oder gegen Bellamy. Boah, immer auch schöner One-Hit gewesen. Ich war schon quasi da, hab gemerkt, habe Kriegsmodus an und dann keinen Bock mehr gehabt. Ja, Klassiker, würde ich sagen. Der Wille war da, ne? Der Wille war da, nur das Fleisch ist schwach. Ist klar, dass du so wenige Schorken siehst, sonst wären es ja auch schlechte Schorken. Wow, ja. Well played. Wahre Worte. Wahre Worte, was die Schorken angeht. Und das stimmt. Hat der Schorken nicht von Blizzard die übelste Nerf-Keule bekommen? Habt ihr irgendwo was gelesen? Nicht, dass es mich juckt oder so. Wollte ich sagen, selbst wenn würde es die wahren Mains, ja, die wahren Schorken, die mit Leib und Seele dabei sind, ja nicht so krass jucken. Kann natürlich dann die breite Masse ein bisschen abschrecken. Gerade auch, was die neuen Spieler dann angeht, die sich vielleicht an gerade solchen Listen dann orientieren aus Gründen. Aber ich glaube, wage ich jetzt mal zu behaupten, denke da an mein Umfeld. Und da glaube ich, dass Nerfs und Buffs gleichermaßen bei den Mains, die auch ihre Klassen jetzt eine ganze Weile schon spielen, dass sie die nicht wirklich jucken. Also klar, freut man sich oder ist ein bisschen mad dann, aber häufig sind es ja auch Prozente, die da justiert werden, die man dann in diesem krassen Ausmaß auch gar nicht merkt. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das nicht für so krasse Auf- und Abspielerzahlen dann in diesen Bereichen auch sorgt. Und dass das nicht in meinem Umfeld nur so ist, dass die Leute dann trotzdem dabei bleiben. Denn auf den Nerf folgt in der Regel der Buff, wie es so ist. Wie ist Feral momentan? Ja, geht gut ab, wenn du weißt, was du machst. Wie immer, ja, wie eigentlich immer. Kann der gut durch die Decke gehen, macht gute Zahlen, geht ab im PvP. So wie jede andere Klasse, wie jeder andere Spec auch. Nur ob die Community und die Gruppen, denen du joinen willst, das auch so sehen. Das ist natürlich immer die Frage. Schorke ist im Lower Bracket, aber gut gespielt, immer noch starker der DD in Raid M+. Absolut. Rekrut, ich habe sie heute nicht beim Verstorbenheitstraining gesehen. Und der Rekrut nur Danke, Sir, ja. Man muss nur wissen, wie. Man muss nur wissen, wie. Wer fehlt denn noch? Fliescher ist noch unterwegs. Ist aber auch schon, ich meine unterwegs, zu Fuß oder fliegt er noch? Ey, diese Map, die ist einfach so krass strukturiert. Da unten kommen sie, jawollo. Da kommen sie alle beide. Angeritten, sehr schön. Und dann können wir gleich loslegen, einwandfrei. Ich habe das Gefühl, die beliebteste Klasse aktuell ist Schamane. Sie ist immer einem Dungeon, wirklich immer. Schami hier geht auch sehr nice ab momentan, habe ich das Gefühl. Zum einen im PvP, aber auch im PvE. Gerade mit den ganzen Totems, Verstärkungen und Co. ist halt einfach echt eine willkommene Sache, wenn ich allein an das Stunt-Totem denke. Schön auf Range vorne, mh, leckere Nummer. Und darum, ja, sehe ich bei uns auch echt viele Schamane. Unser guter Fredon ist gestern auch im Raid als Heiler eingesprungen. Habe den Mann gefühlt noch nie heilen sehen, aber der hat einfach abgeliefert. Ja, bam, bam, heilende Woge, Kettenheilung, Totem, zack und fertig, ja. Also ist einfach, ja, eine leckere Nummer. Aber generell, generell, ihr wisst Bescheid, wenn ihr eine Klasse habt und ihr habt die verstanden, ihr könnt die spielen, ihr habt ein bisschen Gier, dann läuft das auch so immer, ja. Dann spielt er so gut wie keiner von uns auf irgendeinem Niveau, wo er jetzt unbedingt die Klasse nehmen sollte, die in der Theorie gerade 0,2% mehr HPS rausballern kann, ne. Das wird den meisten von uns nichts bringen, keinen auffälligen Unterschied irgendwie kreieren. Aber wenn man selber weiß, was man da macht und wenn man selber mit seiner Klasse und seinem Speck umgehen kann, ne, dann kann man da schon schöne Zahlen erzielen auf jeden. Nur der Schamihil ist beliebt, zumindest was im Plus angeht. Ja, man hat zumindest so das Gefühl, ne. So, es sind alle da, Leute. Sehr schön. Das heißt, wir können loslegen, dann wage ich mich mal ran an den Kollegen. Hab ein bisschen Angst, hab ein bisschen Pipi in der Hose. Aber, ihr wisst es, Freude fängt dann an, wenn der Urin weiß wird und darum müssen wir den ja auch in erster Instanz erstmal herbeirufen hier. Da, oh, 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 shit. Ciao, Leute. Ja, ich laufe mal so ein Stück. Und ihr lauft dann jetzt auch zu euren Körpern. Ich glaube, wenn ihr diese Knochenstacheln macht, dann sollten wir ein bisschen auseinanderlaufen. Das hat erstmal das gesamte Melecamp Hops genommen. Ja, Leute, das hatte jetzt einen Vorteil mit diesen Stacheln von unten. Keiner ist mehr Jungfrau. Das müssen wir ja auch so klar sagen, ob ihr jetzt wollt oder nicht. Insofern haben wir keinen unbefleckten Bosskill, Freunde. Da kann man sich jetzt freuen oder nicht, aber als WoW-Spieler ist das ja immer wieder ein Highlight und da kann sich der Boss auf jeden Fall auch mit Brüsten dann in Zukunft, wenn wir ihn denn jetzt nicht völlig aus dem Leben böllern da ist er nämlich schon kaputt sehr schön, ey, Achievement für mich ja geil, sehr nice das ganze Camp einfach geplatzt, plopp und ich hab den Erfolg, der offensichtlich accountübergreifend zählt, weil mit dem hab ich ja nicht alle davon gemacht aber nice, sehr nice, sehr nice wer also auch diese Erfolge mal angehen will der hat hier gerade mit unserem Grüppchen wichtige, wichtige Fortschritte gesammelt Dankeschön fürs Mitkommen, wir haben noch einen dritten, da muss ich nur mal lesen lesen, lesen wo genau wir jetzt hin müssen keine Jungfrau oder kann keine Kinder mehr bekommen, das kommt drauf an, wo genau dieser Stachel getroffen hat absolut, das war die Geschichte mit den Schriftrollen vom Rare Erfolg und es gibt noch einen Ascheguhl, liebe Leute sind diese Verrückten hier, Sibylle und so kennen wir aus dem Glutdistrikt zu guter Letzt der Rare Mob Graf Ladinas, ein Ascheguhl, den man auf eine ganz besondere Art und Weise beschwört dafür fliegt ihr zum Flugpunkt Refugium des Wahnsinns, liebe Leute das ist unsere nächste Adresse Refugium des Wahnsinns wir folgen schon mal der Smarty Parade so ein bisschen während ich weiter vorlese denn wir dürfen wieder fliegen, ich mach auch die Gruppe nochmal auf, wer mitkommen möchte für den letzten Gruppe LOL, das könnt ihr sehr sehr gerne tun und wir fliegen zum Refugium des Wahnsinns in Revendress und begebt euch in das Gebiet südlich namens die Austrocknung Freunde die Austrocknung, da wollen wir hin in diesem Gebiet laufen überall Ascheguhle rum, auf dem Boden liegen überall aufnehmbare Kristalle rum mit dem Namen Restlicht, kenn ich sogar hab ich bei Bonus-Zielen häufig benutzt und dieses Restlicht, das nehmen wir hier auf, dann haben wir ein Extra-Button und mit diesem Extra-Button können wir dieses Licht auf Feinde werfen was sehr viel Schaden macht die Kristalle nehmen wir also und werfen die auf die Gule und sobald einer dieser Gule dann schreit kommt ein Rare ok, der kann Spielzeug droppen sehr schön, Freunde heißt, jetzt sogar besonderer Loot dabei wir fliegen da also hin es gibt sogar eine Markierung hier nochmal dankeschön dafür, da sehen wir es fliegen jetzt zum Refugium begeben uns dann zu dieser Kartenmarkierung und da töten wir diesmal nicht einfach alles sondern sammeln Restlicht vom Boden auf werfen das auf Ascheguhle und wenn einer dieser Gule schreit dann halten wir die Augen offen nach dem Rare, der dann kommt und der kann ein Spielzeug droppen sehr schöne Sache wir laden gerade noch ein füllen das Grüppchen auf und das ist dann wieder ein Rare der vermutlich nicht super elitär ist deswegen, wenn der da ist bitte nicht direkt draufholzen sondern auch erst wieder sammeln und so weiter ne, ihr kennt das Spielchen mal schauen was das Schönes wird habe es in Shadowlands leider bisher mit keinem Char über Level 54 geschafft bin irgendwie demotiviert weil für mich keine Klasse irgendwie bisher das mitgebracht hat ne, dass ich mich da festlegen kann etwas überfordert mit der Wahl von Pakten und gegebenenfalls Legendaries ja du, dann ist das Beste was ich dir als Tipp geben kann mach dir da gar nicht so einen Stress ne, spiel was du willst level wie du willst nimm das Legendary nimm den Pack der dir am besten gefällt so mache ich das übrigens auch ne, und ich komme sehr gut klar und schaffe auch den Content den ich schaffen möchte ja, werde nur morgen nicht mythisch raiden werde auch nicht plus 23 In-Time laufen aber ey, das will ich halt auch gar nicht ne, und darum mache ich mir da gar keinen Kopf mache vielmehr das was ich will das worauf ich Spaß habe nehme das was zu meinem Spielstil passt und habe einfach eine geile Zeit ne, insofern Freunde ist mein bester Hinweis an euch macht euch vor allem mit den ganzen Zahlen Statistiken und Sachen nicht kaputt sondern konzentriert euch vor allem auf das worauf ihr gerade Bock habt und schon ist das gefühlt ein ganz anderes Game ne, so dann würde ich sagen melden wir die Gruppe an der Stelle oh, gucke da gerade so einmal ab sonst haben wir immer so ein Kleckern hinterher ja, sonst haben wir immer alle sind da wir können loslegen ach ne, hier ist noch einer muss halbe Stunde fliegen dann ist der da kommt der nächste in die Gruppe ne, und so weiter ich bin der Dude mit dem Anima ja, das machen wir dann extra nochmal getrennt in der extra Runde ähm, das würde ich ganz gern getrennt betrachten von den Rares sonst kommen wir alle völlig durcheinander würde ich gerne den Char wechseln könnte ich dann wieder in die Gruppe das ist durchaus machbar das ist durchaus machbar aber jetzt ist die Gruppe angemeldet ne, du kannst mich anflüstern jetzt ist es auch ein Slot voll, Freunde äh, Slot frei ansonsten birgt so Char wechseln immer Risiko ne, vor allem wenn die Gruppe voll ist keiner weiß wie euer Twink heißt ich werd's mir bei den 53.000 Namen nicht merken können und wenn er dann rausgeht und irgendwer meldet sich an ich denke, das ist euer Char ist der Platz weg ne, heißt ihr könnt das immer machen ihr könnt das halten wie ihr wollt aber es ist immer so ein bisschen Risiko auf jeden Fall dabei und das kann ich euch leider in der Stelle oder in dem Moment und an der Stelle nicht abnehmen gut, die ersten sind auf jeden Fall da es werden reichlich Kristalle geworfen es werden es werden reichlich Gule getötet, Freunde und ich möchte's nochmal dazu sagen die generellen Kills die bringen nichts sondern ihr müsst diese Kristalle wie diesen dort vorne aufnehmen und auf einen dieser Gule werfen nur dann kann das eben äh, ja passieren, dass der schreit und der Rare kommt ne und deswegen bitte nicht einfach so rigoros alles umnatzen wie wir es eben getan haben sondern wirklich nur mit den Kristallen auf die Gule wir haben es in Feuerlande geschafft ähm einen Boss zu legen mit dem gesamten Raid tot wurde noch von den Schlangen der Schlangenfalle getötet wow der war bestimmt sauer beim Ableben so sad kann man die Jagd im Schlund eigentlich auch als Raid abschließen wenn ja, wäre das etwas für den Stream kann man bestimmt machen ja, aber die finde ich nicht so wirklich spektakulär ähm sprich die kann man auch so immer mal im Zweifelsfall Solo oder mit Leuten die da sind umboxen ne, mach ich zum Beispiel eigentlich immer direkt wenn die ab ist wenn die interessant ist und man muss vor allem gucken dass man dann Leute hat die weder das Auge ganz hoch haben so dass man nicht ständig nur dabei ist Leute aus Fesseln zu befreien ne und man muss auf der anderen Seite ähm dann gucken dass auch alle dieses Labyrinth frei haben ne da sind so ein paar Bedingungen die mir im Detail schon wieder fast auf den Sack gehen würden weil dann hast du Safe-Leute dabei die wie bei der Kriegsmodus-An-Aus-Thematik dann noch einen Port wollen und es ist wieder Chaos dann fällt ihnen auf oh ich hab das noch gar nicht frei und dann kriege ich jetzt schon Bluthochdruck insofern ähm sehe ich Schlund nicht als so so richtig ich sag mal eventfreundlich an was das angeht aber du hast an sich völlig recht vom vom Grundkonzept her könnte man das tun ich finde die Sachen hier aber deutlich entspannter ich erinnere mich noch an den Votica-Raid-Prüfung des Kreuzfahrers ich damals als DK dabei gewesen und an der Stelle wo der Boden wegbricht kurz vom Aufprall im Wasser einfach Eisfüße angemacht und alle tot da hatten wir in Votica ja mehrere solche Passagen ne auch als Joll-Nirub wo man da runterknallt ja als Todesritter konnte man da gerne mal die Repkosten der halben Gruppe übernehmen oder der ganzen je nachdem wie erfolgreich man war ich krieg schon Blutdruck wenn ich einen Joghurt umrühre ja und jetzt stell dir das Chaos hier vor ne oh 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 das eskaliert oh da schreit wer das Licht brennt da kommt er nice nice es hat gezählt aber wo ist er denn wo genau kommt er denn alle wuseln wild umher ich sehe halt noch keine Rare-Markierung hier stehen einige aber hier wird auch geblinkt okay ja dann sammeln wir uns hier mal hat auf jeden Fall geklappt liebe Leute oder kommt er höchstwahrscheinlich gleich hier runtergehopst oder so schön die alle jetzt hier auch herreiten ne gibt es hier was umsonst wilde Nummer Frau von Holle 18 Monate vielen vielen Dank Dankeschön Dankeschön ja die gute Jogginghose ne sollte ja letztes Jahr was werden aber wie es so ist elbster halbes Jahr nicht geantwortet ich halbes Jahr keine Zahlungen bekomme mal sehen was das dieses Jahr wird ne ob ich irgendwann mal von meinem eigenen Merch und Anbieter wieder so ne so ne Lebenszeichens-Mail bekomme oder so man darf auf jeden Fall gespannt sein vielen Dank für 18 Monate Dankeschön Dankeschön magst du auch deine einfachsten DD-Heiler und Tanks sagen nein subjektiv die einfachsten boah ne kann ich glaube ich gar nicht weil einfach finde ich so gut wie gar nichts von denen muss ich sagen das ist immer zwar einfach zu lernen aber schwer zu meistern also im Detail gerade wenn es um irgendwelche Kombinationen und Talente geht die dann aktiver Natur sind die man dann doch richtig timen sollte und nicht und 8000 Möglichkeiten war es doch nicht der Rare oder was jetzt stehen wir hier alle und der ist gar nicht da oder spawnt er woanders jetzt stehen wir hier mit unserem Schirmchen und warten irgendwie und wartet und wartet nur er hat gar keinen Bock so sad jetzt deswegen habe ich so einfache gar nicht ne ich bin jetzt fast geneigt zu sagen ja Frostmagier war immer super simpel aber der musste halt mit den Eislanzen auch genauso time das ist an sich aber dann auch nicht wirklich schwieriger als jetzt mit dem Dotlog nur drauf zu achten dass irgendwie Verderbnis nicht abläuft und so da gibt es schon im Rahmen der Schwierigkeit die Effekte betreffend ja Sachen beziehungsweise Sachverhalte die einen sehr ähnlichen Schwierigkeitsgrad aufweisen und das haben wir erstmal in der Basis bei so gut wie allen und dann kommt wie gesagt zu diesem eher einfachen das schwierige Element des Meisterns ne des richtig Anwendens des auch situativ richtig Reagierens dazu mit Hard Dev sonst was für CDs ja und dementsprechend habe ich da leider gar keine Liste das sind dann alle anderen die nicht die schweren sind und die wandern da mit rein Gnolle Lutzke Hallöchen hi 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 ja irgendwie wurde auch geschrieben hier gerade das war eigentlich das richtige Emote der solle schon da sein ist der Buggy ich weiß es nicht hat er jetzt nicht sonderlich lang gedauert wir probieren das halt nochmal wir probieren das einfach ein bisschen weiter stechen nochmal so ein paar Gule ab und vielleicht funktioniert es dann weil der Schrei der war auf jeden Fall da den habe ich ja selber gesehen hier oben wahnsinniger Ascheguhl das Licht brennt oder muss er mehrmals schreien nö wir hatten ja wir hatten von einem Schrei gesprochen insofern versuchen wir einfach dass sie nochmal schreien das hat er jetzt echt nicht lang gedauert das war ja für uns wie Urlaub hier bemessen an den vorherigen Geschichten gut vielleicht nicht gerade die vorherige wo der Mob direkt schon da war aber den Drachen und auch die Dame am einfachsten ist die Dönerdonation die Dame beim Turm vorhin das war ja anderes Level oh zwei Splitter für einen Altonas Dankeschön er ist das Abendbrot wie er sicher heute wollte er eh bestellen mein Lieber Dankeschön für dieses großartige Timing und deine Unterstützung Danke Danke so ich brauche Lichtsplitter da ist einer la 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 ich hab ja einen Ghoul am Arsch das find ich gar nicht Ghoul und er ist tot yeah ist immer Ansichtssache finde ich ja absolut deswegen wurde ja von unserem lieben Fragensteller auch dieses Subjektive nochmal sehr hervorgehoben weil wir wissen was los ist wenn man da diese kleine Phrase von wegen meine Meinung oder so vergisst dann prasselt halt der Tod über dich hinweg oder auf dich hinein und du wirst ihm nicht entkommen egal ob im Forum auf Twitter oder hier im Chat deswegen ja das ist absolut immer Ansichtssache man kann nicht sagen welcher einfacher ist der eine kann den besser der andere den genau richtig böse Zungen würden meinen Eule wär am einfachsten Konvokation Ende ja alles tot Konvokation und wenn dann nicht alles tot ist auslocken so scheiß Spiel hier Blizzard waff doch endlich mal Eule jetzt ne was soll das belastend DH dürfte overall der einfachste DD sein da er sowohl im Singletarget als auch im Multitarget die gleiche Rota fährt oh das ist ein interessanter Punkt rein objektiv betrachtet okay wo man ich sag mal einen generellen Mehraufwand hat und auch so wechselnde Elemente das ist natürlich ein interessanter Punkt das macht den an sich immer noch nicht schwerer ja weil beim Hunter lässt du dann zum Beispiel Multishot weg oder so das ist ja an sich ne wenn wir da wieder auf die auf die Details schauen ist das jetzt kein generell schwierigerer Sachverhalt aber klar nur jetzt mal diesen Punkt ganz nüchtern objektiv betrachtet der eine macht da mehr der andere weniger dann könnte man so da durchaus rangehen ne durchaus Dönerst du wohl gerne na aber na aber immer vorne mit dabei I-Beam dreimal Stun und dann noch die andere Skillfähigkeit die übel Schaden an allen an allen herum macht DH ist schon krass ja absolut also DH war heute ja auch mehrmals unser Beispiel für die verschiedensten Sachen die meistens mit krassem Schaden zusammenhängen absolut ich wundere mich gerade wobei eigentlich nicht ich habe ja den Erfolg bekommen ich wollte gerade sagen so oft wie ich dieses Bonusziel gemacht habe denn wenn ich mit Fäden des Schicksals levele dann gehe ich ja immer zuerst nach Revendress und mache ja alle Quests und Bonusziele und da wollte ich gerade sagen ich wundere mich ja dass ich den noch nicht random mal dabei hatte aber da ich gerade den Erfolg für alle Rares in Revendress bekam gehe ich immer davon aus dass ich den schon dabei hatte ich habe da irgendwie so ein Gefühl ist denn schon Dönerstag heute ja Dönerstag ist ja bekanntlich an jedem Tag der auf Tag endet und manchmal auch Mittwochs und da haben wir keine Wahl wir müssen uns beugen absolut dann Juma Hai wen im WoW-Universum würdest du am liebsten töten also wen findest du am unsympathischsten zählt Dream zählt Dream Lul oder Kraid am unsympathisch wen ich auch töten wollen würde das ist schwierig weil selbst wenn mir ein Charakter an sich unsympathisch ist dann ist es häufig so dass ich den trotzdem an sich sehr charismatisch interessant und seine Story gut finde das ist ein Problem dabei und wer weiß ob wenn ich den töte nicht sein nicht sein arschiges Kind oder so den Posten übernimmt und noch schlimmer wird da müsste man sich ja auch vielerlei in vielerlei Hinsicht erstmal absichern deswegen habe ich gerade wirklich keinen auf dem Schirm viele würden vermutlich erstmal Sylvie schreien ja oder Tyranne oder Malfurion oder Jaina keine Ahnung aber ne so einfach gerade mal aus dem Leben schotten das zieht ja mittlerweile auch einiges einiges nach sich und da hätte ich so ganz spontan erstmal keinen Kandidaten muss ich zugeben ne der Erfolg ist buggy und er ist nicht accountweit ach so normalerweise musst du jeden Rare mit einem Char einmal machen Ardenwald und Revendreth sind aber buggy dann vielen Dank für diesen Hinweis das erklärt dann meine anfängliche Verwirrung oder gut die muss ich euch nicht mehr erklären die ist einfach da aber zumindest macht es das etwas nachvollziehbarer Mibio Hallöchen würdest du sagen dass du deine Klasse gemeistert hast boah ähm ne weil ich glaube Luft nach oben ist irgendwie immer und das motiviert mich auch weiter zu machen auszuprobieren weil es immer noch irgendwas gibt irgendein Talent was man unterschätzt hat irgendein Schmuckstück was gerade geil funktioniert und so weiter und auch wenn ich beim Todesräder super viel Spaß mit der antimagischen Hülle habe und sehr viel Wert drauf lege glaube ich nicht dass ich die Klasse im vollen Umfang gemeistert habe ähm was das angeht und ja das ist an sich auch gut so weil das motiviert mich wie gesagt noch ein bisschen rumzuprobieren ja ein bisschen zu testen ein bisschen auch zu wachsen Herausforderungen zu sehen und so und deswegen ist das glaube ich ganz gut zu sagen ich bin nicht beim Olymp der Klasse angekommen behaupte ich zumindest weiß jemand wie die Quest im Schlund funktioniert auf Pirsch im Brachland habe ich leider keinen Plan genau was das war weiß es jemand gibt es da Probleme gibt es da Guides im Schlund hatte ich so gut wie nie Probleme muss ich zugeben deswegen ist da auch wenig von Questnamen und Co. hängen geblieben und vielleicht weiß es jemand so meine lieben Freunde ich habe mich mal belesen viele haben dasselbe Problem da die Quest für Swirl nicht bekommen werden kann wahrscheinlich liegt das noch am Weekly Delay Weekly Delay dass der nicht rausgenommen wurde ah okay das heißt während wir die Packkampagnen aufholen können hat Torgas immer noch den wöchentlichen Delay drin ohne quasi Aufhol- und Skipmechaniken okay das wäre sehr seltsam klingt aber sehr sinnig und ist dennoch im Detail weiterhin sehr doof für alle Betroffenen könnte aber eine gute Erklärung sein auf jeden Fall Dankeschön fürs Nachschauen und diesen Erklärungsansatz sag ich mal ich feiere beim Fire Mage können wir für den Satz irgendeinen Preis bekommen so ich feiere beim Fire Mage eine schon plus die Ardenwald AOE Fähigkeit ist in einem Plus komplett andere Welt ja wenn du da richtig stehst wenn du richtig rausrotzen kannst das ist halt beim Feuer Feuermagier wieder so so geisteskrank eigentlich Feuermagier hatte ich am Anfang immer ein bisschen Schiss vor wenn es jetzt gerade in einem neuen Addon neuen Patch war weil du musstest erstmal an deine Werte rankommen ja da habe ich am Anfang immer Frost gespielt bis ich dann genügend hatte um mit Feuer richtig abgehen zu können aber durch die ganzen Paktfähigkeiten kann man ja so viel gerade im AOE auch überbrücken dass ich schon geneigt bin zu sagen ja vielleicht diesmal Anfang an Feuer und Abfahrt könnte sein könnte sein Quatsch Hallöchen Grüße nicht ganz du kannst bis zu zwei Punkte in Torgas durchmachen da sind noch Wiggity Skips drin ok ok also das Hauptproblem für die die vorhin vielleicht auch nicht da waren es hat sie im Chat so ein bisschen gehäuft dass einige quasi Bane rausgeholt haben und dann war Schicht im Schacht ja der eine hat dann irgendwie noch Jaina der andere auch nicht und alles war ganz ganz seltsam und da wussten wir uns eben auch nicht zu helfen und da sie das so gehäuft hat haben wir es dann eben auf Blizzard geschoben und jetzt hatten wir eben dann die die Ansage mit dem nicht alles frei sondern schon immer noch im Rahmen des ich sag mal wöchentlichen Delays dabei die Bolver Questline hat eigentlich auch keinen Delay mehr bis auf den einen Schritt nach Jaina ja scheint dann doof gelaufen zu sein für die Kollegen die da struggelt hoffentlich ist morgen alles in Ordnung wie Sepport gerade schreibt also dann sei mal dahingestellt was genau es jetzt ist jetzt haben wir auch die Gegenbeispiele und Argumente aber naja hoffen wir dass morgen sich das alles einpiegelt Sniper Hallöchen 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 nur wenn Feuermagier auch eine Combust Weak Aura haben die dir alle 15 Sekunden erzählt wann wieder Combusten geht ohne die kann kein Feuermagier ernsthaft spielen das ist wahr ja Freunde ich würde sagen wir machen das noch bis 35 wir machen das noch bis 35 es sind jetzt 4 Minuten holzen wir nochmal rein mit den Splittern und wenn es da nicht sein soll ja dann ist es wohl irgendwie verbuggt ja dann können wir es nicht ändern dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal hat ja eigentlich nicht lange gedauert bis der Schrei kam aber wer weiß ob das jetzt durch diesen verbuggten Nichtspawn überhaupt zeitnah nochmal ausgelöst werden kann haben wir dann denke ich lang genug nochmal probiert und rennt uns ja auch nicht weg also die ganze Zone hier wird ja demnächst nicht rausgepatcht werden gehe ich mal stark von aus dann machen wir das im Zweifelsfall beim nächsten Mal in Ruhe auf ganz entspannt Bausch Hallöchen mich freut's dass die Haas jetzt nicht mehr Meter sind Wortwitz beabsichtigt und sie jetzt darüber beschweren keine Instant-Invites zu bekommen sie waren es zwei Add-ons lang willkommen im Leben der Nicht-Meter-Klassen seit es Meters gibt ja da hat man dann natürlich so ein bisschen Schadenfreude auch gebunkert was das angeht und dann lässt man die natürlich raus und es ist ja auch kein totales Todesurteil wie du richtig sagst manche Klassen mussten damit seit Add-ons klarkommen und haben jetzt schon so willkommen im Club T-Shirts gedruckt und stehen damit jetzt bei den DHs vor der Tür wie es so ist da ist auch noch ein Lichtsplitter ich habe hier jetzt seit gefühlt 30 Jahren keinen Lichtsplitter mehr gefunden weil unsere Member echt so so sah nicht sammeln Wade ist ja da nee ne war er jetzt da oder was nee oder bin verwirrt da ist ein Rare-Punkt wo denn da vorne da kommt er ja we did it Leute da ist er doch oh Gott alle waren so verwirrt alle waren so verwirrt jetzt vom Grafen schnell alle anhitten jawohl keine HCDs Leute ihr wisst Bescheid kein Elite-Rare Geil hat doch noch geklappt der Ehre weil der auch wieder so angehüpft kam deswegen war gerade so Panik auch im Chat hier hinten ist er nein hier alle ran war noch gar nicht angreifbar ja Leute da sehen wir es wieder was lange währt wird endlich Rare und ich sag so bitte keine HCDs Instant-Pakt-Fähigkeiten und Kampfrausch ihr Stinker ich hab's genau gesehen aber es scheint auch so gut wie alle eigentlich da zu sein oder insofern hoffen wir mal dass das funktioniert hat dass das geglückt ist sehr schön und dann haben wir den auch kaputt da gab's auch wieder Erfolge die zwar verbuggt sind wie wir hörten aber da gibt's tatsächlich auch das Spielzeug ne ist es das? ganz gerade nicht anklicken aus Gründen einzigartig ne ist es nicht Taschenglut auch nicht das Spielzeug Gürtel hä was davon ist jetzt das Toy oder hat er's gar nicht gedroppt Taschenglut Gürtel Gürtel Rubin gelöt war da echt das Toy nicht bei das wär sad oha oha so traurig jetzt Leute ja aber wir haben's gesehen er zielt auch für den Erfolg mit rein und wir hatten hier wieder ne Menge Spaß beim Licht werfen yay voll geil guti vorne dann Dankeschön für diese herrliche herrliche problemlose Runde Träumchen ist auch sehr selten okay schade 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 dann vielen Dank dafür wir werden erstmal kleines Päuschen machen und danach keine Ahnung noch ne Runde an Torus oder so habe nämlich bis auf diese Runden sowohl die Maldraxxus Runde als auch die gerade nichts weiter geplant Revendreth wollen wir noch eine machen das wollen wir auf jeden Fall noch machen aber ich glaube die machen wir danach an Torus weil da könnte es sein dass Shirewn wach ist die schläft grad noch weil Binderhautentzündung die ist das da hat man die Augen am liebsten zu momentan und vielleicht ist sie dann am Ende da und dann können wir auch noch ne Runde drehen ähm in Revendreth mit Fleddermaus mit unserem Animaliter und mit äh mit mit wie heißt es denn dem 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 äh anderen Animaliter ja jetzt habe ich mich selber verwirrt es sind ja beides Animaliter alter ja wir brauchen dringend Pause muss Hörnlüften was zu trinken holen Leute und dann hören wir uns gleich wieder an Torus auf Horde an Torus Runde dann auf Hordenseite ja das ist der Plan nice bis gleich wer erst einmal einmal diese Woche ne einmal diese Woche und darum ist es eigentlich egal mit wem ich gehe aber da wir gerade über Leuchtebärchen sprechen werde ich einfach meinen Dudu nehmen habe ich Böcke drauf Dudu ist ne schöne Sache Dudu Leute ich habe ich habe sogar letztens meine DVDs gefunden ich glaube das wird was demnächst brauche ich nur noch DVD Player weil habe ich ja den tragbaren Mini-DVD Player den habe ich ja und dann wird mal wieder Werner durchgeguckt Ehre Trauma Inc morgen ist Katterzeitwanderung bin ich ja auch sehr gespannt wie sie das gebalanced haben oder auch gar nicht ne oh 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 ich spiele nun seit vier Monaten WoW wollte auch mal den Blutika ausprobieren habe ich echt Probleme damit zu tanken ich habe nie genug ruhen könntest du vielleicht im Stream einen Quickguide machen in den Guides ist nur dasselbe also ich werde demnächst auf jeden Fall wenn wir Richtung Endboss marschieren in unserem Raid werde ich auf jeden Fall einen aktualisierten Guide zum Blutodes Ritter auf meinem Kanal bringen aber ich kann dir was jetzt die Basis also das Basis Gameplay angeht kann ich dir auch meinen Guide aus BFA noch sehr empfehlen weil sich da natürlich im Detail ein bisschen was verändert hat aber wie ich jetzt generell spiele und wie ich jetzt klarkomme und wann wie wo welche welche Fähigkeit kommt und welche mit besonderer Sorgfalt genutzt werden sollte das ist auf jeden Fall gleich geblieben seit da und ist da sicherlich ein bisschen detaillierter umschrieben mit Bild und auch Ton als wenn ich es jetzt hier gerade spontan runterbrechen würde deswegen am besten auf YouTube einfach mal Craft 1,2,3,5,4 Blutika Guide oder so paar Keywords eingeben und da vielleicht kurz reinhören hab den glaube ich auch unterteilt so den Teil von BFA mit Acerid Gear kannst du da natürlich skippen aber wenn du da Fragen hast da hab ich das auf jeden Fall alles mal besprochen und daran hat sich in der Basis relativ wenig geändert wage ich zu behaupten mach ein Watch-Together-Stream geht ja mittlerweile bei Twitch vielleicht ist Werner bei Prime drin das wäre so dieser andere Community-Stream dann schön zusammen ein bisschen Werner gucken Lul okay Freunde wir wollen eine schöne Antorus-Runde drehen die letzte dieser ID und ich glaube auch wenn wir seltener mit den blauen Freunden unterwegs sind hat die Allianz beim letzten Mal das Loot-Gelücke doch ganz gut gehortet da gab es einen Hundemount von den antorischen Hunden überraschenderweise es gab zwei Sensen und so weiter also liebe Horde wir müssen jetzt so ein bisschen ranklotzen wir müssen ein bisschen Gas geben wer also mitkommen möchte der kann das sehr sehr gerne tun organisiert benutzerdefiniert Gruppe Lul L hoppala so L O H L Serverübergreifend für die Horde und dann ballern wir gleich einmal wunderbar durch in dem Eona natürlich wieder mit und dann drücken wir uns die Daumen für schmackhaften schmackhaften Loot mal gucken ob wir noch ein Grüppchen zusammenbekommen hier auf die letzten Metaform Reset das sieht doch gut aus und vielleicht haben wir jetzt ja sogar Glück vorhin haben wir kurz drüber gesprochen und wir haben einen Hexter dabei ah gucke nicht nur einen wir haben sogar zwei dabei das ist super denn nach wie vor und das ist natürlich auch keine Schande passiert den besten aber nach wie vor verirren sich Leute in Antorus da hat das Tool keine Lust mehr gehabt das ist immer sehr schade das ist aber einfach ein technischer Fehler bilde ich mir ein keine Ahnung ob man den bewusst auslösen kann aber das kommt einfach hin und wieder vor einfach nochmal schnell neu anmelden und hoffen dass das nochmal hinhaut hier mit der Geschichte und ja dann können wir drinnen porten wenn Leute abhanden kommen disconnecten sich verlaufen wie eben angeschnitten das passiert immer mal wieder ja wir sind voll müdisches eingestellt das ist super dann werden wir porten vor allem wie gesagt ein Auge am besten auf unsere Hexys und dann geht halt los hier yeah finde deine YouTube Mütischkeits wirklich sehr klasse hilft sehr danke dafür das freut mich sehr zu hören genau dafür haben wir die ja im Stream mal gemacht gab es echt sehr sehr viel positives Feedback im Rahmen der Ausführlichkeiten ich hatte ja zuerst Angst dass es zu ausführlich ist aber genau das wurde in dem Rahmen gelobt und das freut mich dann natürlich sehr zumal es in dem Fall jetzt ja auch kein Arbeitsaufwand in dem Sinne war das haben wir im Stream ja gemacht und ich hab's dann einfach exportiert einmal rübergezogen und fertig und dann ist es natürlich noch geiler dass das dann einen positiven Effekt haben kann sehr schön sehr schön sehr schön auch WoW macht Fehler mit der Lootverteilung ja überall sehen wir ja mit der Lootverteilung dann dass das Tool einfach mal neu startet und so ganz unangenehm wir haben uns früher immer mal eingebildet das ist gerade am Wochenende so der Fall dass das automatisch abmeldet weil es überlastet ist weil am Wochenende erinnert euch gerade an die an die auch ersten ja eigentlich egal waren auch die spätere Nachtfestungsruns da waren so schnell die Gruppen voll da hätten wir drei 24er Gruppen füllen können ja das war halt eine belastende Geschichte und da dachten wir das liegt daran aber nein das kann jederzeit einfach passieren gefühlt scheiße gelaufen wir brauchen nicht mal viele Leute um das ganze Dungeon Browser zum Einsturz zu bringen Sadlife ab welchem GS geht man M2 das ist eine schwierige Frage weil generell kannst du ab 160 165 170 da eigentlich problemlos rein Problem dabei ist wir sind nicht mehr in den ersten Wochen von Shadowlands wenn du jetzt also nicht selber eine volle Gruppe zur Hand hast oder der Gruppenleiter bist dann meldest du dich da an und mit dir melden sich Leute an die schon eine Weile länger spielen eine ganze Ecke länger und dann hat der Gruppenleiter dich zur Auswahl mit 165 ist machbar und zwei Leute mit GS 205 ja wen wird er mitnehmen sprich da jetzt Anschluss zu finden mit dem ich sag mal geht so GS das könnte je nachdem wer sich mit anmeldet wie viele Leute gerade spielen wie attraktiv der Key ist sehr sehr schwierig werden deswegen stelle ich darauf auf jeden Fall ein und wie immer gilt umso höher der GS umso mehr Erfahrung und so weiter umso besser natürlich deine Chancen und theoretisch geht es so ab 165 rum plus minus nur wie gesagt nicht vergessen ihr werdet nicht die einzigen sein die sich da dann anmelden das ist immer ganz traurig so da sind doch schon mal viele mit in der Gruppe sogar das Dürnde ist dabei das ist ja vorbildlich dann können wir schon mal langsam aber sicher losmarschieren nur Freunde bitte ein Auge drauf haben wir sind hier gemeinsam drin deswegen trashen könnt ihr natürlich gerne aber bitte bei den Bossen unbedingt darauf achten dass wir die erst pullen wenn auch wirklich alle da sind wenn wirklich alle in der Nähe sind das wäre sehr sehr schön ich habe übrigens im PvP neulich auch versucht eine Folge mit dem Dudo aufzunehmen die schneide ich vermutlich eher in die Mad Moments mit rein wie auch einige der letzten PvP Folgen der ein oder andere wird es gesehen haben weil es war schon nice Inkarnation Konvokation meine ich ist auch echt geil aber das kann halt gekickt werden und ohne Witz ich weiß nicht wie groß der Hass auf diese Fähigkeit ist ich schätze gerade durch die Eulen in der Arena und so weiter ist der Hass sehr sehr groß auf die Konvokation und die Dudus nicht nur durch die Reitgeschichte im Schlund aber naja ich sag mal so ich sag mal so wenn du halt gekickt wirst dann macht das schon weniger Laune und egal auf wen ich engaged habe und ich war nur selten der Fokus als Bär die haben es immer geschafft schnell durchzutabben und mich zu kicken bevor das Ding durch war das war sehr unangenehm bin raus einkaufen danke fürs Mitnehmen viel Spaß noch yo dann gutes Gelingen beim Einkaufen möge der Stress nicht mit dir sein und so weiter für M0 wird 140 GS vorausgesetzt ist aber auch interessant gucke da naja wie gesagt wenn man da mit und durch kommt kann man das machen ich spreche immer von dem was für mich und meine meine Gruppe mein Umfeld so am besten funktioniert hat aber lass mich da natürlich immer gerne auch eines besseren belehren was rennt man so mit GS 190 ja da gehen natürlich schon ein paar höhere Keys auch Problem ist wenn du das so fragen musst dann wird vermutlich deine Erfahrung eher ein bisschen durchhängen deswegen solltest du dir gut überlegen ob du dann schon höhere Keys mit mehr Wumms und mehr Affixen und mehr Mechaniken die dann aufgrund von Tyrannisch verstärkt und Co häufiger intensiver durchkommen ob du das dann schon wirklich rennen willst und doch nicht erst ich sag mal bei den möglichst niedrigeren Keys anfängst und dir da erstmal einen Überblick verschaffst aber ja mit 190 kann man natürlich schon mal die etwas höheren eben anpeilen jetzt nicht unbedingt plus 15 aber was haben wir neulich gesagt so plus 5 rum hatten wir glaube ich 4, 5, 6 vielleicht 7 so in diesem Dreh könnte man sich schon mal überlegen aber GS ist eben nicht alles bei M Plus generell natürlich nie das darf man auch nicht vergessen und wenn du noch nicht drin warst und dein Geht so gepusht hast über Weltquests Berufe Packkampagnen und Co dann ist direkt mal so ein gut gelaunter 7er, 8er, 9er Key der kann dann dir und deiner Gruppe natürlich schnell das Genick brechen also da ist das Vorpreschen das sofort schnell anmelden und so weiter auch häufig eher ne negative Geschichte als ne positive man wird zumindest mitgenommen ok also würde ich spontan behaupten dass die meisten das nicht so wiedergeben könnten aber wenn du die Erfahrung zumindest im Idealfall schon mehrfach gemacht hast dann ist das natürlich auch ein nices Zeichen und wenn man Glück hat dann erwischt man auch mal eine Gruppe die gerade nur einen fünften braucht eine Stammgruppe ist und denen ist das ganz egal wer da mitkommt die machen das im Zweifelsfall auch zu dritt das Glück kann man umgekehrt natürlich auch haben zu dem Gruppenleiter der für Plus 3 erst ab 200 GS aufwärts rekrutiert wie so ist vorne Bundinator zwei Monate vielen Dank und Palirock mit Elven hinterher Dankeschön wir sind bei den Hunden liebe Horde und hier wollen wir wieder ein paar Drops sehen bevor die sich verpissen ich pull mal mit so ein bisschen Mondgefeure hier und die Alice hatten letztens bei ihrem ersten Run in Shadowlands direkt ein Hundemount gezogen daraus haben wir einiges gelernt wie zum Beispiel es geht und darum müssen wir uns jetzt nur zusammenreißen und dann gibt es trotzdem kein ja wie man es macht Leute wie man es macht aber noch ist ja nicht Allertageabend wir haben ja noch genügend Bonus Lootchancen wie immer bitte dran denken auch so droppen wirklich leckere Teile ja sehr sehr schöne Items geil für eure Sets und Co nur droppt heute alles durcheinander ja nicht nur heute sondern eigentlich immer seit einer ganzen ganzen Weile schon der Priester kriegt also die Plattenhose der Jäger die Stoffbrust und so weiter guckt bitte wenn ihr was nicht braucht dass ihr das unter die Leute bringt dass ihr euch dann gegenseitig anhandelt ja das tauscht oder im Chat verrollt oder 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 wie ihr das möchtet nur dass dann die Leute die den Loot brauchen ihn auch bekommen wenn er schon gedroppt ist da morgen ja wie gesagt Time War Cutter an der Reihe ist denkt dran die Weekly anzunehmen für den extra Loot und im Feuerland Array droppt dann Item Level 200 also ganz nett für Twings und Co ja 200 ist schon wirklich ne leckere Nummer oder aha Feuerlande ich überlege gerade was war denn was war denn richtig scheiße bei Feuerlande ich meine Alice Razor unseren Flammenvogel musste man halt gut einteilen ne das musste man gut einteilen ja gut Lord Riolid mit den Beinen ja doch da waren schon Bosse bei wo die Mechaniken gut sitzen mussten da hat einer mal aufs falsche Bein gezimmert und schon war komplett Eskalation ich habe nämlich gerade warenwitzigerweise mit dem Gedanken gespielt dass wir da mal reingehen aber plötzlich wo ist der Gedanke hin wo ist der Gedanke hin der ist ganz weit weg auf einmal er hat sich einfach verabschiedet heute in der Mittagspause plus drei laufen wollen Nebel drei Army Member zwei Randoms beim zweiten Boss verkacken die Randoms das Ratespiel und böllern einfach auf irgendwas wow wo wir gerade von Erfahrung und so gesprochen haben böllern einfach auf irgendwas wipe erst lieft ein Shadow dann die Eule beide im Schaden unter dem 200er GS Tank Parler Träumchen genau so will man seine Random Gruppen haben oder schön dass wir auch gleich eine passende Ausgleichsgeschichte zu dem Positiven von eben hatten die findet man leider schneller die findet man wie Sand am Meer ach man mach mal ja wir können es uns ja überlegen mit den Hunden meinst du jetzt aber bei Shanox mit den Hunden und der Falle und so boah ja das war schon auch echt 80 ew naja man kann es ja mal im Hinterkopf behalten vielleicht 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 machen wir das mal auf spontan ohne große Erwartung und auch wenn da nur zwei Bosse oder wenn nur einer liegt ja dann gab es vielleicht von dem trotzdem ein bisschen Loot den man brauchen kann das Interessante bei den Zeitwanderungssachen sind ja häufig die Schmuckstücke oder irgendwelche Waffen mit besonderen Effekten die dann ganz interessant skalieren auch im PvP irgendwie eine Blutung hinterlassen können oder die ja nice prozentualen Schild gewähren wer auch immer jetzt gepult hat Freunde das war nicht ganz so clever weil das wird jetzt eine Menge Chaos geben zum einen sind noch nicht alle da da bitte ich euch drauf zu achten oh zum anderen Top reagiert ey das war gar nicht so viel Chaos normalerweise passiert dann nämlich folgendes die eine Hälfte hat es gesehen will resetten die andere nicht will engagen und dann steht eine Hälfte draußen und alle eskalieren ja da bitte ruhige Finger bewahren liebe Leute bis sie wirklich alle auch am Start sind aber Top gelöst Elite-Gruppe Elite-Gruppe Junge sofort sehr cool bräuchte man einen Raid für die Time Walk Sachen inwiefern achso ihr habt da schon Gespräch am Laufen dann quatsche ich mal nicht mit rein ihr klärt das bestimmt gerade schon Shadow auch nur eben über mir als Shami hier im Schaden als Shadow überm Shami hier gerade so uff das ist schon bitter da musst du doch im Zweifelsfall ist jetzt auch nicht das Beste was du dann machen kannst gehört ja schon ein bisschen mehr zu aber wenn du alles brav multidottest dann bist du doch bitte schon vorm Heiler im Schaden oder sad life echt mein Lootlack in WoW ist wie eine Hühnerleiter kurz und beschissen ja aber vielleicht wird die im Laufe des Annons noch größer vielleicht kann die noch so ausfahren weißt du könnte ja auch sein ich habe liebe Leute Armschienen bekommen Stoff non-set wer die gerne möchte der kann die bei mir abholen einfach das Leuchtebärchen anhandeln und Attacke ich stecke ja nur zu gern den Finger in die Wunde aber Geburtstagsevent Ragnaros oh ja ich erinnere mich mit wir gehen alle links wir gehen rechts wir lösen die Minen nicht aus und oh fuck Geburtstagsevent hat halt wirklich viel Hoffnung auch zunichte gemacht ne viel Hoffnung auch zunichte gemacht und ich würde gern sagen das waren die Randoms aber nein wir waren voller Streamgruppen oh shit oh shit war ich frustriert und hab den Shadow noch angewispert mit wow XD kam zurück hätte es mal weniger Schaden gemacht und mehr geheilt wären wir nicht gestorben ach so ach so Geburtstagsevent beim letzten oder war es schon der vorletzte irgendwie so großen WoW Geburtstagsevent gab es einen speziellen Geburtstags Raid wo man zeitwanderungsartig skaliert wurde für ikonische Bosse wie den Lichtkönig wie Haigan in Axramas wie Ragnaros in den Feuerlanden und so weiter Lady Vash im Echsenkessel ne und die musste man halt sauber auch mit den Mechaniken richtig runterspielen hat natürlich auch was gebracht wenn man jetzt geile alte Items rückskalierenderweise anlegen konnte oder wenn man eben 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 einfach eine geile Banger Gruppe hatte die alle Mechaniken konnte aber das Schlimmste dabei war dass du dich für diese diese Raids angemeldet hast und du musstest alle drei Bosse hintereinander machen das war dann quasi sowas wie Haigan in Axramas mit diesem Tanz dann kam sagen wir Anubarak Prüfung des Kreuzfahrers mit diesem Eis und den Stacheln und dann kam Arthas und jeder dieser Bosse aber besonders die letzten in diesem Dreiergespann hatten Mechaniken wie Arthas mit Entweinen die wenn sie nicht richtig gespielt wurden wenn auch nur einer gepennt hat die ganze Gruppe wipen konnten Arthas mit Entweinen besetzt oder benetzt einen Spieler mit diesem Debuff und der legt dann diese Fläche ab und wenn man in dieser Fläche drin stehen bleibt wird die immer größer macht mehr Schaden muss ich euch nicht erzählen was das für eine Shitshow war oder und jetzt das Tollste wenn du dann wipest bei Arthas dann fängst du von vorne an dann bist du nicht wieder bei Arthas sondern du durftest dann wieder Haigern du durftest dann wieder Anub bin mir gar nicht sicher haben die das nochmal gehotfixst haben die das geändert oder ist das wirklich so geblieben weil das war ja schon nochmal anders traumatisch aber ja das war total großartig das war wirklich großartig und ich sag mal so nicht viele hatten diese alten Mechaniken noch drauf und so durftest du das dann tausendmal machen und je nachdem wie die Gruppe aufgestellt war hat das halt auch unterschiedlich lang gedauert und äh belastend das ist eigentlich das Statement äh Pelon hi was hast du für ein UI drauf 11 UI ist das 11 UI 11 UI ich meine ich kann halt auch nur das gegen heilen was die Mechaniken zulassen und wenn man zwei falsche Abbilder umlötet kurz nacheinander und ich im Eisblock von dem Fuchs stecke und dann sterbe als erstes und immer noch nur knapp hinter ihm bin im Schaden naja naja großes naja die Armen stehen noch da ich glaube ja glaube ja müsstest du die abholen können definitiv Raggi war schlimmer ja Raggi war nochmal anders schlimm ne weil beim Lichtking konntest du zumindest immer nochmal schreien so bei Entwein weg bei Entwein weg die ganze Zeit im Sagen-Chat im Schreien-Chat im Schlachtzug-Chat im Voice ja aber bei Raggi ey da war halt alles Feuer ja versuch da mal kurz und knapp auch im Shattern irgendwas für eine Random Gruppe zusammenzufassen das war halt nur Geschlechtskrankheit ja einfach nur Geschlechtskrankheit Zwergischer Lord Hallöchen so da sollte jemand in der Gruppe 1 sein und das gilt jetzt nur für Gruppe 1 wenn ihr in Gruppe 1 seid und ihr könnt die Kristallmechanik nicht spielen wisst nicht was das ist habt Lecks oder was auch immer dann mich bitte einmal anflüstern dann werden wir versuchen euch in eine andere Gruppe zu packen ansonsten werde ich zusehen dass wir die Gruppen gleich nochmal schön einteilen so dass auch jeder der das hier nicht in- und auswendig kennt genau weiß was er machen muss und im Idealfall ist das dann auch gar nicht allzu viel muss also keiner Angst haben hier Gruppe 1 es hat bisher noch keiner gemeckert aber da ist doch Gnolde sogar bei oder? Heldsblitz war das nicht Gnolde? ich glaube ja ich glaube ja wir haben schon Ersatzläufer im Zweifelsfall wunderbar Dankeschön fürs Bescheidsagen aber das scheint gar nicht nötig zu sein denn Gruppe 1 sind nur elitäre Eliten drin und die können das hier natürlich in- und auswendig von vorne bis hinten herrlich die heißt also Gruppe 1 spielt bitte unsere Kristalle habe ich hier noch so ein Säckchen? ja kann ich mal aufmachen Gruppe 1 spielt also bitte die Kristalle Gruppe 2 verteidigt bitte unten bei Position X Gruppe 3 und 4 verteidigen bitte am Eingang bei Blau und Gruppe 5 verteidigt bitte oben in der Nähe von Position Violett verteidigen heißt da kommen Dämonen in der Nähe die haut ihr einfach um Stunt die kickt die die dürfen einfach nichts machen außer sterben und ihr habt alle einen Action Button den könnt ihr einmal drücken um zu fliegen zweites mal drücken um die Landeposition zu bestimmen und damit könnt ihr schnell von A nach B kommen ja wenn ihr seht irgendwo ist die Kacke am Dampfen irgendwo muss der gerätzt werden oder ihr müsst selber schnell Höhenunterschiede ausgleichen oder so dann könnt ihr immer auf diesen Button vertrauen ich möchte gerne in Gruppe 9 hallo so weit kommt es noch der Mage würde gerne raus aus der Gruppe ach so würde gerne eine andere Gruppe ach so ich habe nur siehste das kommt davon wenn man es nur überfliegt ich dachte das sind alles Meldungen von wegen ähm wir können als Ersatz dienen ne aber das war stattdessen wir wollen Ersatz werden unser Mage gegen unseren DH wir wollen ersetzt werden wir wollen ersetzt werden sorry er wird natürlich niemand im großen Stil Ersatz nur mal gerade kurz ausgetauscht ne Gottes willen Ersetzen klingt immer so fies oder rauskicken ne zu wenig GS ne hier wird zwar hin und wieder Ersatz gebraucht aber im Rahmen der Gruppe schieben wir uns nur hin und her gut dann passt das jetzt viel besser der elitäre Elite Spieler hat auch den Chat im Blick ne ich muss noch einiges lernen Gnolle ich merke das schon von unserem Schamann ich merke das schon okay dann gucken wir mal ob jetzt alle da sitzen wo sie richtig sind ob alle zufrieden sind mit ihrer Position jawollo und dann können wir einmal loslegen mit Eona yeah wir sollten einen Blogpost in Englisch schreiben so maximal 300 bis 400 Wörter Thema war frei zu wählen ach so du redest gerade von der Hausarbeit oder so ne ich dachte ich hab das jetzt erstmal als Aufforderung verstanden was jetzt los welche Bewegung habe ich wieder verpasst war ich wieder mies am ersetzen Lul Thema war frei zu wählen und ich dachte mir wenn die Lehrerin irgendwie nicht checkt warum ich so denke wie ich denke und spreche dann ist das mein Thema how to be a weird person in our society darin geht es um Depression meine Vergangenheit wie ich manchmal so in meiner eigenen Welt lebe darauf meinte sie das ist eine mega Story bisschen zu lang aber egal schön geschrieben offen und nice und mega und so sie ist sehr dankbar und war wohl echt emotional zu lesen ja ist doch nice das klingt auch eine gut erfüllende Aufgabe ne hast du Erfahrung mit Privatserver ne habe gerade von einem ziemlich interessanten Projekt mitbekommen okay nö also zum einen wüsste ich nicht warum ich die für mich zumindest sauber laufenden gut supporteten Server von Blizzard verlassen sollte zum anderen bin ich mit WoW so wie es ist sehr zufrieden braucht er keine Server wo man sofort alles an Gear kaufen kann oder zwei Klassen gleichzeitig spielt oder was auch immer hat mich noch nie groß gereizt hab mir das natürlich auch mal ein bisschen intensiver früher angeschaut aber an sich Privatserver für mich erstmal ein klares Nö Lockdown wird bis 14. Februar verlängert und im ÖPNV sind medizinische Maskenpflicht diese Selbstgehekelten sind nicht mehr erlaubt die Selbstgehekelten finde ich aber auch schön so schön von Oma so ein Maschenpullover ja eine Strickjacke einfach Strickjacke vorm Mund kreativ muss man sein es ist nicht schlimm wenn man nicht richtig lesen kann ja Bro es ist auch nicht schlimm wenn man nicht richtig schreiben kann jedes zweite Wort bei dir war mega was mit dir einfach die Shots reflektiert Bruder was ist da los arme Namen okay wir haben die erste Kristallphase fertig wer das gar nicht kennen sollte übrigens mit den mit den Kristallen wir sind eben vier Spieler wir kriegen immer vier Teleporter wir porten uns dann da hinten in das Raumschiff dann töten wir den Boss-Mob im Raumschiff und dann werden die Kristalle frei und die aktivieren wir dann sind auch wieder vier also jeder Spieler einen ne und dann verhindern wir dass die ganze Gruppe gewonnen hat wird geil war das eine Einladung zu ein paar Shots die freie Interpretation da ist er wieder da ist er wach sehr vorbildlich sehr vorbildlich der zwergische Dream ach Mensch wir warten jetzt auf die Teleporter Eona kann ich glaube gar nichts groß spezielles droppen für den einen mal noch eine Set Brust für den anderen mal noch eine Set Schulter oder so aber keine Mounds keine Pads keine Waffen das wird erst ab Agramar wieder interessant aber auch da sind wir dann mit großen Schritten hin unterwegs wenn wir Eona Down haben dann kommt noch Imunar der ist nochmal ein bisschen räudiger ein bisschen doll räudiger da können wir wenn wir Pech haben auch noch wipen weil der kickt uns runter wenn wir nicht aufpassen und dann ist es eigentlich immer ab da ist Durchmarsch ja da gibt es hier und da mal noch einen Bug weil wir dann zu schnell sind da kommt dann der Boss plötzlich beim nächsten nochmal mit rein aber wenn man Eona hat und Imunar auch schon in Fetzen liegt dann weiß man es geht nach vorne Eona droppt sich gar nicht als Reitier er wäre in beiden Varianten sehr nice einmal als Titanin und einmal hier so als Leuchtekugel mit ein paar Sternen drin hat man die astrale Wolkenschlange von Elegon und den astralen Wolkenball crazy bestes Mountgeister Name ich nehme 10 großartige Sache Lockdown wird bis zum 14. Februar verlängert fast romantisch dieser andere Valentinstag kannst du dann so ne darfst du ja gar nicht wollte gerade sagen Maske selber machen mit Herzchen aber bringt dir ja dann gar nichts scheiße hast du tolle Maske musst zu Hause bleiben so traurig so traurig so traurig ich wünschte ja ich bin da ja so dass wir echt auch in WoW einfach im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten dass wir einfach auch so ein Event hätten wo es Masken gibt ich bin mir sicher es wird mega vielen auf den Sack gehen und viele würden es nicht feiern aber ich hätte es erstmal auch als T-Morg Sammler nice gefunden wenn wir einfach in den Hauptstädten irgend so ne so ne seuchendoktoren aus Maldraxxus hätten die halt so verschiedenfarbige Masken designen verteilen vor allem ich hätte das gefeiert als Ingame Event aber das wäre vermutlich ein bisschen zu viel vor allem für die Kollegen die dann einfach nur abschalten wollen und dann lockst du ein in WoW willst du einfach deine Ruhe haben kriegst den ganzen Tag auf Arbeit die ganze Scheiße mit und so hängt dir zum Hals raus dann lockst du ein das erste was du bekommst ist eine Maske weißt du es ist halt in der Hinsicht immer schwierig aber davon mal abgesehen hätte ich es erstmal recht witzig gefunden mit diesen solchen Erfindern Maskenball bei den Venturen ihr wisst wo es gedanklich hingehen sollte wann war der eigentlich letzte Eona Vibe schon ewig nee gar nicht so lange hatten wir original neulich bei den Allis weil wir den Mob im Schiff so schnell umgeboxt haben dass die Kristalle gar nicht mehr frei geworden sind und somit konnten wir die nicht aktivieren weil der Mob so schnell umgefallen ist dass das Game gar nicht getrackt hat dass sein Tod jetzt die Kristalle freigeben sollte und dann sind wir gewiped aber abgesehen von Bugs und so ist es schon super super lange her ja selbst wenn mal jemand mit eher Low GS hier dabei war und dann an den Folgen der Kristall-Debuffs gestorben ist dann wurde der eigentlich auch recht schnell gebattletzt oder irgendwer ist eingesprungen also jetzt Vibes aufgrund von menschlichem Versagen sag ich mal die kamen sehr sehr lang nicht mehr vor und das ist keine Herausforderung hallo das ist keine Herausforderung so sieht es nämlich aus wenn ein Kind mit seinem ersparten Taschengeld vor dir steht damit du ihm auf seinem Battle.net-Account neue Spielzeit für WoW kaufst Mama ist sehr stolz Träne der Rührung wegwischt also wir können uns gut im Lockdown beschäftigen ja ist doch auch super wenn die Kinder schon mal die wahren Werte vermittelt bekamen ja und jetzt dann auch nur noch auf WoW geiern das ist richtig und wichtig na klar und vor allem wenn man dann mit dem eigenen Geld auch da schon entsprechend rechnet und skaliert und so soll man auch einer sagen ist ja alles unnütz und Bildungs- und Werteverfall und so am Arsch ist ja mein bestes Beispiel immer wisst ihr dem einen oder anderen wird es schon zu den Ohren raushängen aber mein Beispiel ist Pokémon ich war in der Grundschule der beste Leser und musste zu irgendwelchen Kackwettbewerben warum nicht weil ich mega gern gelesen habe irgendein Buch selber lesen wollte sondern weil ich Pokémon selber spielen wollte der Deal war wenn ich lesen kann kriege ich meine gelbe Edition so und darum konnte ich super schnell lesen oh tschüss Gnolde konnte ich super schnell lesen konnte dann auch im folgenden sehr gut lesen ja und musste dann nicht mehr immer meinen Vater oder meinen Cousin anhauen wenn mal wieder irgendein Fahrrad nicht funktionierte oder ich nicht wusste welche Attacke das jetzt lernen kann oder nicht sondern dann konnte ich selber schön suchten gucke da und was machen wir heute heute machen wir Lesestreams folglich habe ich nur dank Gaming und Pokémon meinen Beruf den ich jetzt habe so kann man das nämlich auch mal drehen vielleicht ein bisschen sehr abstrakt in manchen Punkten aber hey das sind die Gegenargumentationen auch oft okay ich habe Lesen gelernt für Pokémon so sieht es aus so sieht es aus der Deal heute ist wenn du schreiben kannst gibt es den gelben Schein wenn du schreiben kannst kannst du dir selber irgendwelche Doktorbriefe fälschen easy game machen Pokémon Stream confirm ohne Witz ich hätte hatte ich letztens was ist jetzt los hier das für ein Bug ich bin im Boden oha ich bin dick da gewesen siehst du gerade von Pokémon gesprochen ich hatte neulich echt mal Bock auf Pokémon und so wieder hab dann meinen alten Nintendo DS rausgekramen so ein paar alte Sachen angeschaut und so und hätte auch Bock auf eine Switch hätte auch Bock irgendwie mit der Switch bisschen was zu machen ich weiß nicht ob Pokémon Let's Play aber vielleicht mal so einen Tag entspannt durchstream oder so aber boah ich hab halt weder die Hardware noch die Software die Switch die ist bei Shirewn da komm ich momentan auch nicht ran spontan selber eine Switch kaufen Bruder Huch I don't know und wir sind ja auch noch mit Valhalla beschäftigt und danach haben wir eigentlich auch andere Games aber ohne Witz letztens ich hab reingeschaut bei einem Kollegen bei dem ich super gern reinschaue und das ist Funk der ein oder andere wird ihn kennen ist der nette Onkel der auch bei Friendly Fire und Co dabei ist der gerne mal mit Gron knutscht und war so eine abgefuckte Beschreibung meinerseits aber ist einfach ein sehr sehr guter Mann guck ich super gern rein und der streamt auch immer so ganz viel crazy stuff und so alten Kram irgendwie ja so Donkey Kong Abenteuer und was weiß ich nicht und da hatte ich so Bock auf so Switch Geschisse ja irgendein Super Mario Kram keine Ahnung und ja vielleicht passiert sowas auch mal vielleicht werde ich auf spontanen Konsolen Streamer also jetzt nicht im überkrassen Ausmaßen es würde jetzt nicht passieren so viel Bock kann ich gar nicht haben dass ich mir morgen eine Switch bestelle oder so oder eine finde die vom Laster gefallen ist und dann streame ich nur noch Switch Games ne so krass natürlich nicht aber ohne Witz wo ihr es gerade anspricht hatte ich letztens echt Bock drauf auch so ein Shit auf entspannt mal ein bisschen durchzuzocken hier vielleicht irgendwann vielleicht irgendwann wie wäre es mit Pokemon Go ne da muss man sich im Zweifel bewegen und so das kriege ich immer mit bei meiner Cousine meine Cousine und ihr Freund die zocken gefühlt gar nichts mehr seit sie zusammengezogen sind außer fucking Pokemon Go dann kriege ich auf Twitter ob ich will oder nicht alles über Lausbub ich glaube Tensuten Chloa und noch irgendein ich glaube es waren vier kriege ich immer alles mit was gerade shiny ist was gerade Quest ist und so und ne Pokemon Go hat mich nie abgeholt hat für mich auch bis auf dieselben Figuren recht wenig mit Pokemon zu tun wie ich es mag ja da fehlen einfach irgendwie essentielle Sachen oder kamen erst später dazu die mir an Pokemon gefallen und ja da werdet ihr mich nicht sehen aber wer weiß was die Zukunft so bringt ne wer weiß was die Zukunft so bringt wenn es doch dann nur immer einen Tag bleiben würde hallo war das geschehen oh Gott die Tage sie verschmelzen ne plötzlich sind es zwei zehn 500 und dann ist man wieder gefangen ja dann ist man wieder gefangen wenn das nicht an die Switch kommen schlimmer ist als die Freundin oh so war das hoffentlich nicht zu verstehen oh Gott zwergischer Lord ich muss wieder Clips löschen nachher ne ich merke das schon wenn der zwergische Lord sowas schreibt dann ist immer ganz gefährlich ist nämlich einer der auch gerne mal einen nervösen Finger am Clipfinger hat what ja der Mann hat einfach 700 Finger deswegen kann er mehrere Finger an anderen Fingern haben verdammt ne jetzt habe ich es geleakt einfach er ist der Fingermann seine geheime Superkraft auch über den Begriff Fingermann werden wir nicht weiter diskutieren der steht jetzt einfach Musterfaulein 5 Monate und XK mit 16 vielen Dank für eure Subs Dankeschön Guti dann können wir nach Imunar jetzt weiter zu unserem guten Titan Bilder wie hieß er denn eigentlich Kingaraz na klar der Ingenieur der Apokalypse Titan Bilder war sein Titel in der Beta war schon mal drüber geschnackt dann wurde er zum Ingenieur der Apokalypse und ist immer noch ein räudiger Hund den wir aber sehr schnell umbolzen werden die zwei Wochen die ich letztes Jahr nicht in WoW on war rate mal wer am Ende alle Pokémon hatte zum Glück war Flautenphase ja das sind so die Sachen die einen dann doch rausreißen ne und gerade bei den Gameboy Edition bei den Gameboy Edition war es bei mir immer so ein großer Punkt das ist ja dann alles weg ja so die Pokémon die ich da habe sind weg gut die Shinies könnte man rüber tauschen aber musst du auch erstmal einen Kumpel finden der dann eine Stunde alles so hin und her tauscht ja der muss dann auch erstmal noch Viecher fangen die weg können dass du die auch wirklich tauschen und dann löschen kannst und so ein Kram und das hat mir alles immer nicht gefallen und dann habe ich von dieser Pokémon Bank gehört Pokémon Bank ist ein Online Dienst der im Jahr irgendwie 4,99 kostet und wo du über viele leider nicht alle aber viele Editionen weg deine Pokémon online lagern und tauschen kannst ja und was soll ich sagen ich war wieder komplett süchtig alles von vorne von Omega Rubin über Herzgold wo ich dann traurig war weil da ging die Bank nicht aber ah Joto ho ho und so ah das war meine Zeit auf jeden Fall und da war ich auch wieder komplett gefangen ja und da bin ich abends ins Bett gegangen dachte jetzt Runde schlafen und dann lag da dieser Gameboy und ich dachte ja komm es muss weiter gehen Mewtwo wartet scheiße kenne ich ganz genau kenne ich ganz genau diese Keks Ardi vielen Dank für deine Subgeschenke Dankeschön Dankeschön heute äh nicht heute sondern hatte früher so ein Gold I guess mit dem Feuervogel auf dem Gameboy was ist der Feuervogel gewesen das war Ho-Oh oder wenn du meinst Gold Gold und Silber das war ja zweite Generation das war Joto das war auch meine zweite ne wo ich dann auch schon ein bisschen bisschen mehr als nur lesen konnte deswegen verbinde ich da noch ein bisschen mehr sogar als mit der gelben Edition und als die dann im Remake rauskam das war für mich der Überschied so weil Joto war auch einfach ne geile Zone mit diesen Kimono Girls und ja das war das war wichtig dass ich das jetzt zuerst nenne ne und diese Atmosphäre und diesen ähm diesen hohen Term und so dieses Japanische will ich damit sagen ne dieses asiatisch japanische das hat mir super gefallen vom Setting her und das waren oh falsch geportet das waren hoho bei Gold und Lugia bei Silber genau ja war cool war sehr sehr nice Zeit die ich gedanklich auch immer wieder gern reaktiviere absolut Andy Hallöchen der Moment wenn man mit dem Zeug seines Bruders aufwächst und die Namen nicht weiß ja ist schon ein bisschen sad ne aber ist ja irgendwo immer ein Generationsding wie es so ist bisschen Liebe weil ich es geil fand dass du Funk cool findest sehr nice ja guter Mann gucke ich abends immer rein er streamt ja immer irgendwie so keine Ahnung um 7000 Uhr gefühlt zumindest kriege ich ihn da nur immer mit wird sicherlich mehr machen aber immer wenn ich abends so struggle zwischen YouTube, Twitch, Netflix und Prime schauen und dann checke ich da immer gern mal ein bisschen ein ja ich war als Kind mal zwei Wochen auf nem was ist das Fuerteventura im Urlaub irgendein Event I don't know und hab am ersten Tag wen in meinem Alter kennengelernt wir haben die ganzen zwei Wochen im Zimmer verbracht und Pokémon gezockt ja geil ging mir original auch so in dem Urlaub da waren wir in irgendeinem Ferienpark so mit See und so einem eigenen Häuschen relativ cool und da war ein Nachbarsjunge genau gegenüber den hab ich immer beim Grillen gesehen und da haben wir dann auch unsere Yu-Gi-Oh! Hochzeit gehabt und immer wenn unsere Eltern dann was machen wollten haben wir gesagt nee wir spielen jetzt Karten und dann haben wir uns heftige Yu-Gi-Oh! Battles geliefert nice das ist ne Insel was ist das ne Insel Fuerteventura das klingt wie irgendein Werbeprogramm von Ford oder so keine Ahnung die Zukunft des Fords Fuerteventura jetzt anmelden leasen ab 3000 Euro im Monat oder so das ist ne Insel nee noch nie gehört original noch nie gehört ja kommt davon wenn man nie raus geht ja erwischt was soll ich sagen Punkt für euch Punkt für euch ja aber so so ist es dann ne dann bleibt man trotzdem drin und zockt oder wie auch immer Furze von Ace Ventura Gran Canaria kenne ich ok immerhin Leute Geografie Ehre gerettet Gran Canaria kenne ich großartig ja so ist das Freunde so ist das der eine kennt es der nächste nicht ne wie es so läuft im Leben ja interessante Geschichte die ich definitiv auch kenne wo einige jetzt sagen man muss so rausgehen Sachen erleben Landschaft angucken nee also als ich mit Sharun die Tage im Ferienhaus war ja wir waren auch mal draußen haben uns ein bisschen was angeguckt haben Enten gefühlt aber ansonsten waren wir vom vom Ofen vom Kamin haben Baris Ferraris geschaut oder was auch immer ne und wir sind da auch selbst im Urlaub keine rausgeher ne wir genießen dann die Zeit so in einem schönen Häuschen und das ist das ist auch schon recht nice Malle ist noch einmal im Jahr genau Josh Hallöchen Grüße Grüße ich hätte gerade voll Bock auf ein Erdkunderate spielen nee 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 also da da habt ihr schon mal überhaupt keinen Bock drauf kann ich euch sagen ey das war echt Albtraum für mich wir hatten in Geo bis zur lass mich lügen 9. Klasse oder 8. irgendwo da in dem Dreh konnte man dann ja auch abwählen aber er hatte überwiegend auf dem Gymnasium eine mega mega lässige Geolehrerin die war so lässig dass sie echt dachte ey was für eine coole Tante ja und dann hatten wir eine neue Lehrerin und die war wirklich die war Geografie wisst ihr was ich meine die hat jeden Morgen nicht so so eine Schüssel genommen und da Früchte und Müß reingekippt sondern Atlas so Atlas in die Schüssel gepresst Milch drüber essen weißt du und für die mussten wir auch sonst was zu crazy Stuff besorgen musste ich in meiner gesamten Schullaufbahn egal wo noch nie aber die wollte dass wir als Schüler irgendwelche durchsichtigen Schablonen haben und solche solche Stifte die auf den Schablonen schreiben aber da bitte auch nicht nur schwarz sondern rot und grün und blau und tausend Farben was übrigens super scheiße teuer ist habt ihr schon mal Spezialstifte selber kaufen müssen die dann auf den und den Oberflächen schreiben nein seid froh das war RIP Taschengeld nicht zum Glück nicht an Mutti natürlich gekauft aber die hat eine Fresse gezogen kann ich die Schultern haben ja kannst du gerne abholen und dann mussten wir bei ihr immer vorm Unterricht eine sogenannte tägliche Übung machen und die tägliche Übung das war sie sagt 10 geografische naja Dinge so irgendwelche Flüsse Gebirge Städte und so und du hast dann vor dir eine ausgedruckte Karte von eben der Region dem Land dem Kontinent und dann durftest du deine Folie da drüber legen und mit deinem farbigen Stift das einzeichnen Alter das ging gar nicht so da hast du dann von mir aus die Deutschlandkarte einfach die Deutschlandkarte und du solltest dann auf dieser nackten Karte gerade so mit den Bundeslandlinien solltest du dann einzeichnen was weiß ich den Brocken so ja gut okay das ging noch habe ich einen Vorteil aber äh was weiß ich deine Mutter ja die Temse so den Nil weißt du in der Deutschlandkarte mach das mal gar nicht so einfach und da habe ich so verschissen und sie war auch streng wenn du dann so eine Gebirgslinie zeichnen solltest ja dann musste die auch wirklich fast exakt richtig lang sein und auch richtig passen ey da hat kaum einer von uns mal mehr als fünf Punkte bekommen gut wir hatten auch so eins zwei Geo interessierte ja keine Ahnung die hatten keinen Fernseher die mussten halt irgendwelche Weltkarten angucken ganzen Tag I don't know aber die haben dann da abgerissen ey aber ich hatte keinen Plan dann saß ich neben einer Mitschülerin die hat den Geo Unterricht in der Regel zum Auskatern benutzt ja um den Rest eigentlich zu verdauern da konnten wir uns auch nicht helfen ey ne ne damit könnt ihr mich echt jagen so irgendwelche Gebirgsketten und so keine Ahnung kennt ihr Google Maps da kann ich euch das alles sagen da zeige ich euch das aber oah das war so schlimm ey das ist echt Traumaerfahrung er hatte so er hatte richtig Schiss vor Geo ohne Witz weil ich Angst hatte dass das meine meine Note so runterreißt weil ich irgendein Gebirge in Afrika nicht einzeichnen kann ach das war so scheiße Abronsoul 23 Monate Dankeschön vielen Dank vielen Dank DJ Monkey hi wo segeln wir heute hin ja du schon Richtung Ende so langsam ne haben wir heute ganz ganz viele tolle Rare Runden gedreht nice Erfolge zu verzeichnen gehabt jetzt gibt es anscheinend noch T-Mock am Ende jawohl können wir gerne machen und gleich hoffentlich nice in Loot nice in Loot auch bei Argus ne das ist so ein bisschen die Hoffnung die jetzt bleibt weißt du was über die Blizzcon die im Februar stattfinden soll nö also nicht mehr als irgendwo zu lesen ist ne ist online wird News geben sicherlich zu allen Games aber wann wie wo was genau planen geheime Leaks ne nichts bekannt na auch hier Darkie was geht wir sollten aufhören uns hier immer zufällig zu treffen jetzt fangen die Leute an zu reden ne die reden sowieso weit Witze machen weit Witze machen die maximale die maximale Ruhmstufe für nächste Woche ist 26 nicht 27 der Grund keine Kampagnenquests mehr ab jetzt gibt es wohl jede Woche nur noch 2 bis zum Maximum von 40 gucke da dann haben wir noch ein bisschen was zu tun bis die Ruhmstufen alle oben sind was hältst du davon dass Blizzard mal eine animierte Serie von WoW auf Netflix oder Prime stellen soll ja na klar da würde ich erstmal nicht Nein sagen aber da haben wir bestimmt so eine kleine Kostenfrage zu klären dann haben wir natürlich die Frage zu klären welches Thema wird die Serie haben oh oh das ist dann Freunde das ist dann der Stoff aus dem kriegerische Legenden gemacht sind dann springen sich die Arthas Fans die Jaina Fans die die Bolvar Fans und alle springen sich dann gegenseitig an die Gorgel da haben wir Riesenmassaker also ja klar wäre geil ich würde ja außerdem vor noch 20 weitere Filme nehmen egal ob animiert oder so wie der letzte aber naja das wird wohl bei Wünsch dir was bleiben was unsere Diskussion in dieser Hinsicht angeht Kraft ist auch der Dude der die Ostsee mitten in Thüringen zeichnet ja schön so einen fetten blauen See die Ostsee ach schön ist ein bisschen zentraler ja bisschen zentraler du hattest nur eine richtige Kindheit wenn du mit einer Battle City Dual Diss durch deine Hood gelaufen bist und epische Duelle auf der Straße hattest good old times hatte ich auch so ein Ding aber keiner meiner Freunde deswegen hielt sich der der epische Faktor sehr in Grenzen sehr sehr in Grenzen naja Netflix Umsetzung würde ich jetzt nicht unbedingt wollen die machen da dann wieder so komische Besetzungen und Kostüme ja es gibt nicht umsonst diese Memes ne mit Netflix Umsetzung und so weiter am Ende aber ja mehr mehr Stuff allgemein von WoW in solchen Storytelling Geschichten ey da bin ich erstmal nicht abgeneigt bin ich erstmal überhaupt nicht abgeneigt so hier Hallöchen Grüße die Ostsee ist doch irgendwo bei den östlichen Pessländern ja ja deswegen alles so ein bisschen östlich ey ohne Witz wenn wir damals auch in der achten Klasse das mit einer WoW Map gemacht hätten da wäre ich Feuer und Flamme gewesen ne irgendwie irgendein Dorf in fucking Fehrerlass oder so kein Problem gebt mir die Einsen ja aber so so großes Uf wir wollten ein bisschen Thema gucken Freunde wer was gebastelt hat ne in letzter Zeit sind das immer so zwei drei Leute geht immer recht fix dann gucken wir da gerne mal rüber ich gieße mir nur eben Tee ein sonst dehydriere ich hier vor lauter Geografie Freunde und dann müsst ihr mich zur Ostsee tragen ne damit ich da wieder zu Wasser komme Sad Life als ich jung war hatten wir nix wir mussten mit Kieselsteinen spielen ja und man hatte trotzdem seinen Spaß oder kindliche Kreativität ist ja auch was Tolles meine ich zumindest ne wir waren auch oft genug draußen im Wald und hatten mit seltsam geformten Stöckern die tollsten tollsten Gefechte ne hab's ihm nun nicht gesagt den meisten Spaß wir hatten mit diesen seltsam geformten Stöckern sehr viel Spaß in der Pubertät Lul ah wie gruselig danach die Trinkpause einzustreuen oder war vielleicht nicht das beste Timing Netflix kann auch vieles echt gut machen Witcher zum Beispiel wäre für Inhalt von Vodka oder eventuelles Raw Anfangs Story ja da gibt's halt mega viel ne da kann man jetzt 100 Leute fragen und 100 Leute könnten gefühlt was anderes erzählen weil die Lore ja so breit gefächert ist das ist schon verrückt sich da überhaupt einzuschießen auf irgendein passendes Thema ok dann würde ich sagen gucken wir uns an was unsere drei lustigen vier hier gebastelt haben und beginnen bei Sofiari spreche ich glaube ich auch jedes Mal anders aus oder ist ein Name mit so schönen Vokalabfolgen dass man den auch jede Woche anders betonen kann großartig wir haben außerdem die böse Miet passend auch dämonisch am leuchten jedes Mal seht ihr jedes Mal passend natürlich zum Diminanter Set das natürlich auch klassisch DH sein soll klassisch DH verkörpert ja durch die ganzen grünen Töne aber schon eher reduzierter Natur ist wir haben viele eher dunkle Elemente die sich mit dem hellen Teufelsfeuer sehr gut ausgleichen gerade auch bei der Skin Variante die hier fürs Artefakt gewählt wurde ja dieser hellgrüne Rand dazu dann eher das dunkle Grün in Hose in Brustrüstung aber dennoch nicht versäumt auch die Tätowierungen zu zeigen ja auch das Grün der Augen bei der Augenbinde natürlich klassisch für den DH wird auch eine Menge Haut gezeigt und das funktioniert auf jeden Fall ist schon eher das klassische DH Set ja aber ein bisschen ich sag mal mit Variationen bei den hell-dunkelstufen dabei und das finde ich eigentlich ganz nice hier nicht einfach nur das Standard Set zu sehen sondern schon ein bisschen drum herum modelliert zu haben so dass man der Klasse schon treu bleibt ja aber so ein bisschen andere Klasse mit reinbringt nice one wir haben außerdem den Pringler am Start wieder mit dem schönen ikonischen Helm natürlich mythisch Druide gerade mal des Sageras der immer mal aufklappt mit der mythischen Animation und diese schönen Geister eben preisgibt wir haben auch hier wieder den klassischen Stab aus Ulduar der sehr druidisch daherkommt leider ist halt diese ich sag mal Form nennen wir es mal Kreis im Stab selber nicht ganz so gut gealtert wir sehen da einige Ecken und Kanten wir sehen eine super auffällige Animation und da muss man immer schauen dass man einen Ausgleich dazu finden kann das hat er hier getan zum einen mit dieser Nebelsphäre was das grüne angeht zum anderen natürlich mit dem Helm und mit diesem sehr auffälligen Aufklappen ja was da natürlich farblich durchaus eine Überschneidung ergibt ganz tolle Geschichte ansonsten der Stab klassisch braun bisschen grün wie gesagt sehr druidisch ja ansonsten im Set geguckt dass man diesen Flow der Farbe durchaus treu bleibt ja dass man schauen kann dass man zum einen dieses erdige braun zum anderen aber auch dieses eher lebendige grün hier mit reingemixst hat gerade den Gürtel vom Monk finde ich da sehr interessant gewählt eigentlich diese klassische Nebelsphäre aber auch so mit dem Element des Lebens ja eine interessante Ergänzung und auch die freie Brust oder die allgemein gezeigte Haut passt farblich aufgrund der Dunkelheit finde ich sehr sehr gut dazu und kann sich so auch wirklich sehen lassen interessantes Set was wirklich von verschiedenen Teilen und auch diesem aufgebrochenen Faktor wie auch einigen kombinierten Auffälligkeiten lebt sehr nice Nummer sehr nice Nummer wir haben oh du hast noch eine Maske dabei der verlorene Geist der ist auch noch spektral der ist sogar so spektral den habe ich gar nicht gesehen crazy wir haben Dürndl am Start mit Wolfgang Wolfgang das Huhn Grüße gehen raus als Schurkin würde ich mal meinen jawohl in einem Set welches als lustigerweise Hauptpunkt dieses grüne Auge hat alles ist dunkel alles ist rot alles ist tödlich und hier oben dann dieses leuchtende grüne Auge finde ich stark soll gar kein Negativpunkt sein finde ich aber sehr cool kombiniert vorbildlich Maske dazu getragen verschiedene Schorken ich meine sogar zum Teil PVP Sets hier kombiniert dazu auch eine schöne Variante von unseren Artefakt Waffen hätte ich jetzt gesagt das sind sie sogar die Reißszene des Verschlingers war ich mir gerade unsicher glaube die habe ich gar nicht in der Form aber auch sehr cool hier passen sogar zu Shadowlands mit den Huhnen mit diesem blutigen mega nice und schaut mal hier auch die Details nicht nur das Grau und Rot kombiniert über diese Setkombi sondern auch hier über diese Armreife also über die Charakteroptionen die wir bei den Blutelfen haben sehr sehr geil mit eingearbeitet gefällt mir außerordentlich gut dazu auch die neue Frise passt eben auch wieder dieses Weißgraue kombiniert eben auch hier mit dem einen grauen Auge aber auch mit diesem rötlichen Zopfband mit diesem Haargummi Lul was hier wieder passt und ist echt ein richtig geiles Set gefällt mir sehr sehr gut vor allem auch diese wirklich feinen Kombinationen von verschiedenen Teilen aber auch von dem was wir eben aus dem Charakter aus den Anpassungen rausholen können sehr fresh kleinen Finger 18 Monate danke schön vielen Dank und wir haben wir haben zum Abschluss noch Volara mit Glotzi Glotzi das Auge aus dem Schlund sehr schön in einer ja klassischen Blutelfen Variante könnten wir sagen wir haben die Klassenhallen Skin Variante aus der Klassenhalle ich muss jetzt immer aufpassen mit Klassenhalle Packthalle ne tausend tausend Möglichkeiten mittlerweile oder auch zwei Lul die bekommen wir auf jeden Fall wenn wir die Kampagne soweit durch haben unsere Klassenhalle ausgebaut haben in Legion für den Ashbringer ne dazu sehr schön die feurige Mähne die goldenen Augen Wappenrock von Silbermond Teile der Traditionsrüstung ja und das alles kombiniert mit zum Beispiel dem Gürtel was denke ich ein Standardplatten Ding aus Legion ist ne der eben noch so ein bisschen Dunkelheit mit reinbringt aber auch der kann hier denke ich wirklich gut funktionieren oha wenn ich das Auge hier sehe mit dem Laser da kickt aber bei einigen auch das Trauma oder wenn wir uns das so angucken holla holla ja und dementsprechend gefällt mir auch hier die Kombi sehr sehr gut zumal hier unten wirklich auch viel mit Dunkelheiten mit Graustufen gespielt wird ja was dem Ganzen nochmal naja mehr ich sag mal Spielraum gibt ja einfach mehr Möglichkeiten und zum anderen das Leuchtende oben dann noch leuchtender macht ja weil wir unten eben diese eher dunkle Basis haben sehr cool finde ich gut schönes Setz dabei gewesen liebe Leute ich danke euch fürs Mitkommen danke euch fürs Zeigen dann würde ich sagen wir drehen jetzt noch eine wunderbare Runde in Revendress und dann haben wir auch schon wieder alles durch was ich heute eigentlich machen wollte sehr schön da waren wir aber auch wieder schnell wir sind fix neuerdings Freunde also jetzt schon seit Wochen aber wir sind wirklich fix holy fuck keine fix zu geben Lul Heddyk Hallöchen Grüße Ordenshalle Klassenhalle Pakthalle Ruhmeshalle da sind wir wieder oh 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 Professor Eich kommt noch vorbei wie es so ist ok dann logge ich wieder auf meinen Venture Boy auch bekanntes Lied von Avril he was a Venture Boy und so man kennt das auf jeden Fall mit so einem Skateboard damals noch ganz verrückte Zeit gab es die Schattenlande noch gar nicht aber edle Visionäre haben trotzdem schon Songs dazu geschrieben der Wahnsinn und dann beginnen wir mit der Flattermaus machen uns dann wenn jemand das Anima stellt rüber zum Weltenrand Fresser und im Anschluss geht es dann zum Anima Leiter Stufe 3 ganz im Norden der Zone Kriegsmodus aus für die Horde serverübergreifend wie immer an diese Punkte bitte denken und dann geht zeitnah die Gruppe im Tool auf dann könnt ihr gerne mitkommen das ist die Klassenpakt Ruhmeshallen Garnison oh Gott es ist sogar so Mibio dass ihr mir vorstellen könnt dass dieses Wort im Rahmen von WoW durchaus bei der Lokalisierung bei der Übersetzung mal Thema war wir wissen deutsche Wörter die sehen gerne mal so aus aber glücklicherweise ja glücklicherweise wurde sich noch mal dagegen entschieden Glück gehabt bei uns an der Uni gibt es bald Mord und Totschlag Kleinfinger wieso das denn was ist da denn los Halle an der Saale gibt es auch noch genau Vorsicht Freunde bei all diesen Hallen Vorsicht muss geboten sein finde das schwer Timok irgendwie übel ugly meint es jetzt echt ich finde das unglaublich gut passend sowohl vom generellen Design her auch mit den Huhn Farben und Todeselementen hier als auch so egal von welcher Richtung auch zum Grau sehr schön passend der Rüstung aber ja so ist ja jeder zum Glück anders sonst würden wir ja alle so rumrennen das wäre ja langweilig wie ist sein Fazit zum ersten Content von Shadowlands ja ich habe noch unglaublich viel zu tun es hat unglaublich viel Spaß gemacht wie es auch nach wie vor sehr viel Spaß macht und ich freue mich schon auf die ersten ruhigen Phasen wenn ich dann nicht jeden Tag auch mit dem Main noch ranklotzen muss für irgendwelche Ruf- und Daily-Geschichten und wenn ich mit den Twinks mal wieder richtig schön als Feeltwinker auf die Kacke hauen kann und so weiter da freue ich mich auch schon drauf aber momentan genieße ich diese langsam abflachende Aktivitätskurve ja die mich immer noch voll im Griff hat und habe sehr viel Spaß nach wie vor und würde deswegen sagen top und gerne weiter so gerne gerne weiter so unterschiedliche Philosophien zu Thematiken und hitzige Diskussionen oh Kleinfinger dann Vorsicht dann Vorsicht dann Vorsicht so Sharoon ist auch da kann ich nur leider über mein übliches Addon gar nicht einladen wer ist denn der Rocktool online dass ich das noch erleben darf dieser Mann der sonst immer digitalen Detox betreibt Leute ist ja einfach crazy organisiert benutzerdefiniert Gruppelol L-O-H-L wer mitkommen möchte kann das sehr sehr gerne tun und dann ballern wir hier einmal diese drei besagten Punkte durch vorausgesetzt vorhin waren einige da vielleicht sind die jetzt schon weg das kann passieren waren ja doch eine ganze Weile jetzt schon unterwegs aber sollte jemand das Item verlockendes Anima besitzen bitte einmal im Raid Chat Bescheid geben dann können wir nämlich den Weltenrandfresser mitnehmen ansonsten nur Fleddermaus und Anima Leiter 3 bitte dran denken hier oben bei mir sammeln ganz wichtig noch nicht da runterspringen oder so wir sammeln uns hier oben hier oben bei mir und dann hüpfen wir runter wenn alle da sind das ist zumindest der Plan welche Kampagne fandest du am besten ich fand alle auf jeden Fall auf ihrer Art und Weise sehr gut zu Ende gebracht und alle haben an einigen Ecken und Kanten natürlich noch noch Handlungen offen deswegen haben wir jetzt so ein Mittelfinale sag ich mal bemessen an dem was wir jetzt im ersten Content auch durch die Zonen durch das generelle Quest so erlebt und erfahren haben was ich am besten fand ja gut ich könnte jetzt natürlich Maldraxxus sagen und eventuell würde er dann mit drin hängen würde ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen aber ich muss sagen der Ardenwald hat mir sehr sehr gut gefallen der Ardenwald hatte auch viele interessante Offenbarungen dabei war auch Gameplay-technisch doch recht abwechslungsreich Maldraxxus war häufig sehr geradlinig sehr simpel sehr direkt hat aber am Ende jetzt bei den letzten Quests so designtechnisch auf die Kacke gehauen und so so viele viele verschiedene neue ich sag mal Möglichkeiten mit reingebracht und auch lore-technisch was offenbart dass ich das gar nicht so einfach ranken kann sondern jede Kampagne hatte mal früher mal später mal mehr mal weniger ihre Momente die sehr wichtig sind beziehungsweise waren und die auch sehr viel Spaß im Gameplay gemacht haben und da sehe ich schon rein von diesen Punkten ausgehend alle auf einem zumindest ähnlichen Level muss ich gestehen und da die sich teilweise auch überschnitten muss man da auch aufpassen bevor man jetzt sagt ja das und das war jetzt garantiert das geilste dann hängen die anderen nämlich mit drin ob man will oder nicht bei den Venture fand ich nur als die ersten schon anfingen zusammenzuarbeiten fand ich die Venture ein bisschen lahm im Vergleich mit den Medaillons aber auch die haben dann gut aufgedreht also auch mit denen war ich dann am Ende sehr zufrieden manche waren von Anfang an sehr fresh andere mussten sich eben so ein bisschen entwickeln und Anima haben wir auch in der Gruppe wurde geschrieben sehr schön dann vorne Randposen und wenn dann alle da sind dann gehen wir runter zur Fleddermaus dann zum Weltenrandfresser dann zum Anima Leiter sehr schön wenn ich raten müsste habe ich mir by the way den Magen verdorben heute früh gab es Lachs die alte Leier mit dem Fisch gefährlich Tobi hi bei dir braucht es kein Verlocken das Animal ein Döner würde es sich ja auch regeln unter so einer Pappkiste die dann umkippt wir haben ihn wir haben ihn ach man fand Nightville persönlich auch am geilsten ja die waren halt nochmal ein Stückchen anders wichtig auch in vielen Punkten ja in vielen Lore Sachen und Ardenwald finde ich halt als Zone auch nochmal am ja nicht am besten ich finde am besten ist immer schwierig aber am speziellsten sticht ja aus dieser ganzen Masse von Erdristen Todeszonen so ein bisschen raus okay die Bastionen aber wirklich happy waren da ja auch nicht alle und bei den Nachtfee hatten sie zumindest immer noch einen Witz auf den Lippen bevor es dann an die absolute Vernichtung des Feindes ging Grüße an die Drust insofern ja ist das letztendlich bestimmt wieder eine rein subjektive Sache also sowieso klar wenn wir über das für uns Beste reden logisch aber ich fand insgesamt betrachtet gab es dann doch gar nicht mehr so große Unterschiede jetzt in auch Gameplay Hinsicht gut wir porten die letzten Kollegen ran dann geht es wie gesagt runter dann Fresser dann Animal Leiter ich wiederhole das sehr bewusst so häufig wir haben nämlich schon verrückte Aktionen hier erleben dürfen deswegen sag ich es immer mal wieder auch um selber nicht zu vergessen kann man dich dann durch die Stadt locken wenn man einen Döner am Stock hat oder durch die Gegend und der das vor die Nase hält ja es darf halt nur nicht zu weit gehen also Bewegungen ist natürlich immer noch der Feind wie auch rausgehen an sich deswegen hat auch dieses System dann seine Grenzen aber erstmal würde es funktionieren ja erstmal würde es funktionieren was man bei den Nachtfaneis merkt ist dass die Winterkönigin einfach elendig viel Kraft hat etwas mächtiges blitzt in ihren Augen das gefällt mir wenn die mal zeigt was sie kann ja und sie hat uns ja auch das öfter mal ermächtigt mal ausgeholfen auch Wonsamdi kackt sich so ein bisschen in ihrer Gegend ein in ihrer Gegenwart natürlich in ihrer Gegend vielleicht auch aber hoffentlich reicht das nicht aus dass da ständig kleine Loa-Kackhaufen rumliegen insofern ja belastende Geschichte und da kam das natürlich immer mal wieder durch weil oder besser gesagt ich mache es andersrum das heben wir gerade hervor weil es bei den anderen häufiger nicht so waren die Archon zum Beispiel in den Spitzen des Aufstiegs hat voll aufs Maul bekommen ja von Devos da mussten wir sie ja mehr oder weniger retten und das sorgt natürlich dafür dass man nochmal eine etwas andere Bindung auch zu dem Pakt besser gesagt zu dem Boss bekommt und wenn man darauf zum Beispiel Wert legt dann kann der Ardenwald natürlich ein bisschen krasser sein das ist wohl wahr ja was macht unser Paladin jetzt genau der ist immer noch irgendwie im Fluchwald der hat immer noch Kriegsmodus an vorne du sagst schon immer zweimal vorne weg Kriegsmodus bitte aus und irgendwie funktioniert das doch nicht und letztendlich warten immer noch 20 Leute auf den Echo wenn nicht warum hatte er sie im Raid nicht auf als es darum ging den Atrios zu besiegen bin da ein wenig verwirrt was die Timeline angeht ja und ich finde sie haben das auch nicht gut dargestellt wie das jetzt richtig war denn irgendwie ist den Atrios ja anscheinend besiegt denn er wird ja auch gerade Richtung Finale nicht mehr als bedrogen wahrgenommen sondern nur noch Cale Es fehlte mir eine richtige Party es fehlte mir eine Ansage von Renatal weil jetzt mit dem Wissen vom Ende könnte man davon ausgehen da habe ich damals auch noch dagegen argumentiert aber dass mit Keltas Befreiung auch Denatrios gefallen ist und diese ich sag mal Besprechung das Ableben von Denatrios betreffend eben nicht mit der Kampagne sondern wirklich mit der Quest danach zusammenhängt und das wäre natürlich sehr schade beziehungsweise sehr skippen weil dann einige natürlich sehr auf der Strecke bleiben und das ist einfach scheiße für den Flow für den Fluss für das Weitergehen dieser Kampagne und das ist dann natürlich sehr sehr schade das ist sehr sehr schade Ist der Parler überhaupt nicht von uns im Stream oder was der schreibt auch gerade ich raff null aber ich laufe mit entweder ist er nicht aus dem Stream oder er ist einfach sehr auf jeden Fall sehr sehr seltsam Freunde künftig werden wir so machen es gibt vor den Gruppen Eröffnungen gibt es zwei Ansagen zu Kriegsmodus aus wer das dann hat kommt mit wer nicht eben nicht weil es sind wenige Minuten auf die man da wartet wir machen die Fledermaus gleich nochmal das werden definitiv nicht alle schaffen jetzt noch drauf zu hauen weil es sind wenige Minuten die wir warten zu arbeiten es schaffen Leute nach wie vor nicht wenn ich sage checkt eure IDs kurz zu klicken auf den Kalender und das zu gucken da wird lieber vorher ein Platz in der Gruppe dann weggenommen um dann doch raus zu gehen selbiges beim Kriegsmodus das lässt dann schon in dieser aufsummierten Form sauer aufstoßen ja und um das einfach zu unterbinden es wird diese ansagen geben vielleicht sind wir da auch zu nett vielleicht sind wir da zu lieb haben zu viel durchgehen lassen zu viele Augen zugedrückt ich weiß es nicht und deswegen werden wir das einfach ein bisschen ja was heißt härter ein bisschen besser zugunsten aller letztendlich handhaben um uns hier diese Minuten des Wartens und Beine in den Bauch stehens ja dann einfach wirklich sparen zu können hoffe das ist für alle verständlich Momonga Dankeschön für dein Subgeschenk Dankeschön die Natrius war eh viel zu schnell weg vom Fenster hoffe er kommt nochmal wieder das mit Sicherheit ja das mit Sicherheit ansonsten hätten wir ihn wirklich getötet und nicht in Schwert gesperrt das von einem Naru bewacht wird ja also dass es da noch mal knallt so oder so das ist denke ich relativ klar die Frage ist nur Wann wir wissen den Silithus schieben sie gern zeitlich den ein oder anderen Stein hin und her und aus diesem einfachen Grund ist die Frage eher wann und nicht ob und vielleicht wer weiß gibt es ja werden könnte vielleicht auch als Waffe vielleicht droppt er dann als Temok und labert uns voll wie Xalatas das und Co wenn wir ihn dann mocken kalter Hund hallöchen grüße ich weiß dass ich mit Ruhmstufe 40 ein Baron werde und Draka heirate und Thrall adoptiere das ist der etwas andere Plan aber gutes gelingen auf jeden fall gutes gelingen heiraten in den Schatten landen das ist auch ein Thema für sich oder das wird lord -technisch dann aber auch nochmal höchst interessant werden ich freue mich und wenn Thrall dabei ist und so eine Rolle spielt dann ist bestimmt Chris Metzen auch in der Nähe geil haben wir Promi Besuch bin ich voll dabei und sei es nur um das Buffet leer zu fressen easy irgendwann müssen mal alle Ansagen bezüglich Gruppenbildung Eona Dungeons Whatever von Craft zusammengeschnitten werden und dann kann man die sich wunderschön zum Einschlafen anhören meinst du dann gibt es die Probleme nicht ich drücke halt da so gerne Augen zu weil es kann halt jedem Mal passieren aber irgendwann ist halt einfach Schicht im Schach das ist ja dann auch kein Bein was wir abschneiden es ist dann eine ID die halt mal nicht so mitgenommen werden kann aber morgen sieht es ja dann wieder anders aus deswegen glaube ich können wir uns damit sehr gut arrangieren Leute ich werde nach dieser Runde Fett bestellen ich werde den Dienstag heute zu meinem Mops Fidel Döner Day umgestalten und mich dann richtig schön vollfressen das wird auf jeden Fall nice vergiss sehr wie ich will den Natrius Redemption ja also um zu dem Thema übrigens nochmal zurück zu kommen ich finde das sehr schade dass sie diesen Raid vor allem bei den Venture über Renatal wirklich so präsent gehalten haben die ganze Zeit dann aber diese wichtige wichtige Szene mit den Natrius und seinem Ende quasi skippen man muss ja wirklich sagen skippen weil wenn du nicht raidest dann hast du die ja gar nicht dann kommst du da überhaupt nicht ran jetzt kann man sagen ja mach doch wenigstens LFR naja aber jemand der wirklich nur die Story spielt oder dann mit einem Twink unterwegs ist ja um da nur die Kampagnen mitzunehmen dann fehlt Fingerschnippen nächste Woche und dann ja wir haben das Schloss haben wir leer gefegt und Keltas ist frei und weiter geht alles cool das ist halt mega schade also da finde ich wenn es wirklich so ist ja wie wir es uns gerade zurechtgereimt haben dass das dann gesplittet ist die Kampagne betreffen und auf den Raid bezogen dann fände ich das echt richtig bitter sehr Bündeten sieht true das ist häufig die Achilles Sehne die Verse von vielen Dienern die irgendwie unter dem Kerkermeister gearbeitet haben ob direkt unter ihm oder unter Kell oder wo auch immer er sagt ja auch der Kerkermeister baut eine neue Welt für sich und alle die an seiner Seite stehen dumm nur dass der Kerkermeister keinen Wert mehr in ihm sieht und ihn für immer im Schwert verschimmeln lassen würde eventuell ändert das was an Denatrios Sichtweise oh das ist ein super interessanter Punkt ja wenn man dann das wahre Gesicht erkennt wofür man ja also für diesen Erkennungsprozess anscheinend zu blöd zu stolz zu überzeugt war ne dann könnte das im Detail nochmal sehr interessant werden so Shireen müssen wir nicht porten die ist schon mal auf dem Weg zum Animaleiter die hat die Geschichte ja schon wenn ansonsten alle da sind dann liebe Animabesitzer gerne vorne den Mob beschwören dann können wir loslegen ja interessanter Punkt absolut vielleicht Denatrios letztendlich ein Verbündeter wobei auch das dann mit Hinblick auf Renatal und so schwierig ne so oder so ganz ganz schwierige Geschichte fand es tatsächlich bei den Venture mega dumm gemacht plötzlich war Kel da und Denatrios weg und eigentlich weißt du nicht warum ja ich hab mir das Volk sprechen ja dass sie jetzt die Raid Story die Raid Erfolge quasi so ein bisschen geteilt haben und es war halt ein kleiner Überfall wir haben Kel gerettet aber Denatrios lebt noch oder so so konnte ich mir das nur erklären dass hier keine Party gefeiert wird Renatal nicht ausflippt vor Freude unsere Pläne noch mal richtig Aufwind bekommen und so es wurde nur erwähnt ja Überfall Kel das so toll schade sag ich da schade weil wie du sagst man weiß gar nicht warum und wie genau und ja wenn du in dem Raid nicht warst dann hast du von Kel das bisher auch überhaupt nicht viel mitbekommen danach geht es dann mit der Anklägerin zwar so ein bisschen um Aufarbeitung die auch wirklich schön gemacht wurde mit diesem weise die richtigen Lore Fakten zu das war so ein Rezie Element das fand ich der droppt jetzt nicht random sondern sehr gezielt hoffentlich für unsere Gruppe oder halt auch nicht der hatte heute gar keinen Bock ne ah Leute wir haben so viel heute gemacht so viel heute an Rares umgehauen da haben die einfach keine Böcke mehr da wollen die auch so ein bisschen Urlaub so ein bisschen Ruhe ok Dankeschön fürs Stellen leider heute nicht so droppreich wir machen uns noch auf den Weg in den Nordwesten Nordosten egal ganz weit irgendwo im Norden zum Anima Leiter da sammeln wir uns dran denken liebe Leute versucht nicht allzu viel zu pullen auf diesem Weg ist eine Elitezone ja nicht dass ihr niedergeknüppelt werdet oder so viele Mobs mitbringt dass unsere ganze Gruppe dann massiven Schaden erleidet auf jeden Fall sammeln wir uns da und wenn dann alle da sind porten können wir sicherlich auch wenn einer unserer Hexer diesen Weg übersteht dann gucken wir uns diese Geschichte auch nochmal an Kinaro hallöchen grüße grüße zumal der LFR gar nicht offen ist bis man die Kampagne fertig hat ja richtig was Daniel anspricht völlig richtig klar noch so eine zeitliche Komponente die dann einfach sehr kacke bis gar nicht durchdacht geplant und folgendermaßen umgesetzt wurde Slippy High und das ist halt einfach sehr sehr mies finde ich schade weil es ist halt ein Kernelement müssen wir uns gar nicht irgendwie streiten es ist einfach ein Kernelement dafür starten wir überhaupt erst diese Rebellionen und helfen Renata und dann ist er einfach durch Nacht und Nebelaktionen fertig und alle so ja cool weiter geht's weiter geht's Great High im Grunde könnte man die Archon auch dafür verantwortlich machen dass der Kerkermeister so an Macht geworden hat nur sie wusste halt nicht genau was sie da macht eine gewisse Ahnung musste sie aber haben nach all den Geschehnissen von denen wir wissen Denatrius tat das zwar in vollem Bewusstsein aber genau genommen sind seine Taten natürlich in größerem Maße gleichzusetzen mit der der Archon ne alleine dass die Kyrianer ja weiterhin brav Seelen holten die dann im Schlund landeten und das wurde dann abgetan mit ja ja die Richterin will das so das ist der Weg der Archon der Wille der Archon und wenn du die Archon fragst was sie scheiße soll dann sagt die ja das ist mein Weg das ist die Vorsehung die Richterin weiß was sie tut und so weiter ja das ist natürlich totale Scheiße ja absolut da hast du schon recht ich weiß nicht ob man es genau gleichsetzen kann spätestens bei den angesprochenen Motiven wird es dann schwierig da muss man dann differenzieren hast du völlig recht aber das Ausmaß ja das ist schon ähnlicher Natur ne zumindest haben alle ob sie wollen oder nicht dem Kerkermeister letztendlich auch in die Hände gespielt ja und nicht zuletzt weil sie die Bedrohung nicht sehen wollten oder zu sehr an ihren starren festen Motiven was weiß ich nicht Glaubensrichtungen whatever ja hier beliebigen Fachbegriff einfügen festgehalten haben ja absolut hätte auch gereicht wenn man die jede Woche freigeschaltet hätte was will man jetzt nur im LFR außer für bestimmte Leggies oder die Story ja gut es gibt halt Leute die gehen generell nicht raiden die freuen sich auf LFR oder so eine Hassliebe vielleicht die wissen dann natürlich wenn sie regelmäßig LFR machen auch wie es da aussehen kann aber ja manche Leute suchten ja auch nicht so viel wie wir wir hatten vorhin ja zum Beispiel auch jemanden der Shadowlands auch schon seit Wochen spielt noch keinen Char auf 60 hat weil er sich nicht entscheiden kann wir haben Leute die spielen abends immer mal zwei Stunden das hatte ich ja so schön mal am Beispiel meines Vaters der abends auch immer je nachdem gut über Weihnachten hat er auch ein bisschen Urlaub gehabt und so aber sonst abends so zwei höchstens drei Stunden spielt und dann überwiegend und gerne PvP und der will aber trotzdem auch so das aktuelle mitnehmen das heißt er lockte ein hat wegen seinen Berufen geguckt hat bei seiner Packthalle geguckt wollte Dailies machen wollte den Ruf mitnehmen die Kampagne machen den Schlund machen Torgast machen Alter da bist du dann schon bedient oder also alle die die pro Tag dann abends mal die ein oder andere Stunde zocken den musste glaube ich nicht kommen mit naja man hat doch eigentlich schon alles das verlieren wir hier gerne so ein bisschen aus den Augen in unseren Kreisen aber ich glaube wenn man sich dann die Kollegen anschaut die eben nicht so am Tag ich sag mal gut gelaunte 27 Stunden in WoW investieren naja vielleicht wenn die besonders besonders langsam sind im Rahmen der Venture passt das zeitlich bei denen sogar dann mit Denatrios und Keltas wer weiß wir sind kranke Suchtis ne allesamt ach man Jorgino hi ich finde die Roller der Mittler sehr suspekt seit der Paktfolge im Haus der Rituale ja also ich schon deutlich vorher weil die unter Oribos dem war die Weekly Artefakte aus den Dungeons bringen ja auch schon immer recht zwielichtig daherreden und Dialoge führen die man auch mal unter die Lupe nehmen sollte wenn Nari im Schlund die ganze Kartellgeschichte müssen wir uns nicht drüber unterhalten also die sind sehr zwielichtig unterwegs absolut absolut ich reime mir das so zusammen wir haben den Natrius zwar besiegt aber an der Sache des Kerkermeisters nichts geändert wir haben aber Ressourcen und Kraft dabei verbraucht was uns gegenüber dem Kerkermeister schwächt und ihm genug Zeit einräumt sein Vorhaben durchzuziehen ja das könnte aus Sicht des Kerkermeisters sein Nichthandeln in dieser Richtung rechtfertigen aber halt in keiner Form die Art und Weise der Darstellung den Natrius ableben für die Ventil Kampagne betreffen eigentlich hatte Davos recht außer dass mit dem Jailor wenn sie das nicht gemacht hätte dann wäre sie ihm recht und es wäre dumm gegen sie zu kämpfen also wenn man ein Gehirn hat und denken kann was die Invasionen nicht können ja Kreda gibt es nur die Vorsehung der Vater Archon und so weiter wissen wir Plan so Joko hi den Natrius dachte halt er tut das Richtige so wie auch Davos und Uta es glaubten er hätte Renatal auch easy umbringen können aber er wollte halt dass er die Wahrheit so wie er sieht sozusagen bestätigt so ähnlich wie was bei Silvio und Anduin haben ich habe das Gefühl er wusste er tut was falsches aber war selber machtlos was dagegen zu unternehmen daher suchte er Zuspruch bei seinem Sohn in Anführungsstrichen und versuchte ihn zu überzeugen also ähnlich zu dem was Silvio und Anduin gerade versuchen seht ihr mal da hören wir es zwei blöde ein Gedanke sagt man ja so schön ja das ist schon richtig denn die Bösewichte in WoW die sind ja meistens nicht böse an sich und wollen jetzt irgendwie naja dass du leidest dass du blutest sondern die wollen nicht überzeugen die sind nämlich selber überzeugt von dem was sie tun sehr fest sogar meinen die ganze Welt das ganze Universum all unsere Reiche würden dann besser schöner höher weiter funktionieren bis auf Gul'dan gut Gul'dan war ein Arschloch aber auch der glaubt an die größere bessere Sache wenn er ganz viel Macht hat und dementsprechend ist das auch in den Shadowlands eben keine Ausnahme und umso schwerer ist es dann wieder das Schwert Mann ich brauche den Umhang so sad ey mit Waffendrops habe ich irgendwie ein goldenes Los gezogen ne in Maldraxxus mit den Schilden und so und hier auch aber da ist der Umhang trotzdem gedroppt für Mowu zum Beispiel geht's sad sehr geiler Umhang vielen Dank auch hier wieder fürs zahlreiche Erscheinen und natürlich fürs Stellen dieser schönen schönen Mops hier einwandfrei haben wir auch gute Runde gedreht ne können wir doch gar nicht meckern können wir gar nicht meckern ja ist eine interessante Sache mit dem Hinterfragen auch der Motive ne da kommen wir nämlich häufig zum selben Ergebnis behaupte ich einfach mal und das macht es eben so schwierig zu denen durchzudringen und wenn jemand so intensiv an etwas glaubt davon überzeugt ist dann wird er natürlich auch akribisch versuchen dafür zu kämpfen und das wiederum das dürfen wir dann ausbaden ne wie enttäuscht warst du als bei Denatrios nicht noch Garrosh aufgetaucht ist ja ging so weil dann haben sie bestimmt noch einen geileren Plan mit ihm insofern ist er ja nicht völlig weggepatcht oder so sondern er hat bestimmt noch im Rahmen der Venture Kampagne oder so eine Rolle zu spielen vielleicht plündern wir dann weil wir ganz viel brauchen Denatrios Geheimvorräte und finden ihn dann da oder so mal sehen man darf gespannt sein Freunde damit sind wir heute am Ende angekommen vom ID Reset wir haben unglaublich viel geschafft heute ich hätte mir eigentlich vorstellen können dass wir wirklich nur die Hälfte von dem schaffen was wir heute machen wollten aber netterweise war der ein oder andere Mob den wir aufwendig hätten beschwören müssen ja schon da und auch der Rest hat ja zu unseren Gunsten funktioniert Antoros super sauber durchgezogen jetzt hier die Runde einwandfrei hingehauen ja also da müssen wir überhaupt nicht meckern und ich werde jetzt schön bestellen Alter wenn das kein herrlicher Abschluss ist dann weiß ich aber auch nicht wer neu dabei ist wir streamen jeden Tag ca. 16 Uhr meistens WoW Abweichungen und sonstige Infos immer auf Twitter und oder im Streamtitel zu finden ansonsten könnt ihr gerne mal unter den Stream scrollen da findet ihr alles so verlinkt auf YouTube gibt es tägliche Videos auf Twitter und Instagram gibt es immer mal Stuff muss ich euch gar nicht erklären kennt euch aus mit dieser Internetswelt könnt ihr gerne mal reinschauen ansonsten vielen Dank für diesen herrlichen Stream vielen Dank für euren tollen Support das war mir wieder ein Fest und dann hören wir uns in den nächsten Tagen wenn ihr wollt wird ja ein bisschen entspannter jetzt der Reset die Kampagnen sind ja weggefallen drücke euch die Daumen für schönen Loot in diesem Sinne bleibt gesund Dankeschön und bis zum nächsten Mal Tschüss